mit ihr vereint ist. Sie sagt mir andauernd ihren Namen, aber ich höre ihn nur undeutlich. Marcy, Maddy, Margie?« Carol gab keine Antwort. Letzten April war die Schwester ihrer Mutter gestorben, ihre Tante Marjorie. Und sie war von allen nur Margie genannt worden. Und nur wenige Monate zuvor war ihre graue Katze eingegangen. Kapitel 14 Montag, 14. September Als Olli sich von Annie Porter verabschiedet hatte, schwirrte ihm der Kopf. »Sie muss sich werden«, dachte er, »sie mußte einfach. Vielleicht war ihr Gedächtnis nicht mehr das Beste.« Tief in Gedanken versunken, ging er weiter ins Dorf hinein. Er bemerkte kaum, wie Arthur Fierce, alteingesessener Bauer und verhinderter Formel-1-Pilot, wieder so schnell mit dem Traktor vorbeidüste, dass der Luftzug an ihm zerrte. Er marschierte am Dorfladen vorbei und betrat nach kurzem Zögern den Papp. Im Einklang mit dem Rest des Dorfes war auch »The Crown« im georgianischen Stil erbaut, besaß allerdings auf der linken Seite einen ziemlich schäbigen Anbau mit angerostetem Wellblechdach. Der Papp lag ein Stück zurückgesetzt hinter einem unebenen Rasenstück, auf dem ein paar Holztische standen. Olli ging auf den Eingang zu. Über der typischen Wirtshaustür prangte in kleinen goldenen Buchstaben der Schriftzug »Schanklizenz Lester Beeson«. Wenn er jemals für eine Website ein Foto vom Innern einer typisch englischen Landkneipe brauchte, dachte Olli, wäre das hier genau die richtige Adresse. Schon beim Eintreten schlug ihm der tief in die Einrichtung gegrabene saure Bierdunst entgegen. Es gab mehrere Sitzalkoven mit massiven Tischen und Stühlen, vor den Fenstern kleinere Tischchen und viele Türen in andere Räume. An den ockerfarbenen Wänden hingen alte Landwirtschaftsgeräte und neben einer Reihe Hufeisen auch eine Dart-Zielscheibe. Der L-förmige Tresen wurde von einem großen, massigen Mann Ende 50 beherrscht. Er trug ein cremefarbenes Hemd, dessen oberste zwei Knöpfe offen standen, hatte eine wilde Haarmähne und einen Bierbauch von Rugby-Ballgröße. In dem verspiegelten Regal hinter seinem Kopf standen das Foto eines Cricket-Teams und einige Zinnkrüge. »Tag auch«, begrüßte der Wirt Olli aufgeräumt, wobei er ein Pine-Glas nahm und mit einem Tuch trocken zu wischen begann. »Guten Tag«. Der Wirt setzte das Glas ab. »Mr. Harcourt, nehme ich an.« Olli grinste überrascht. »Ja«, er streckte die Hand aus. »Olli Harcourt.« Der Wirt schüttelte sie mit festem Griff. »Nennen Sie mich Les. Wir in Cold Hill freuen uns alle, dass Sie und Ihre Familie da oben eingezogen sind. Das Dorf braucht dringend eine Verjüngungskur. Kann ich Ihnen was aufs Haus anbieten?« Normalerweise trank Olli zum Mittag keinen Alkohol, aber jetzt wollte er nicht pingelig erscheinen. »Danke, sehr nett von Ihnen. Gern ein Guinness vom Fass. Und die Mittagskarte.« Sofort wurde ihm die eingeschweißte Karte hingelegt, als habe der Wirt sie aus der leeren Luft herbeibeschworen. Das Guinness brauchte etwas länger. Während Lesterbiesen die schaumgekrönte braune Flüssigkeit sapfte, machte Olli einen Vorstoß. »Kennen Sie zufällig hier im Dorf einen alten Mann, mit Tabakspfeife und knorrigem Wanderstecken?« »Pfeife und Wanderstecken?« Les dachte kurz nach. »Kommt mir nicht bekannt vor. Kommt er von hier?« Olli nickte. »Eher drahtig, mit Spitzbart und weißem Haar. Ende siebzig, vielleicht auch älter.« »Nein, keine Ahnung.« »Ich hatte ihn so verstanden, dass er hier wohnt. Wir hatten uns letzte Woche unterhalten, und ich hätte gern noch mal mit ihm geredet.« Der Wirt sah verwirrt aus. »Ich dachte, ich kenne hier jeden.« Er wandte sich einem älteren, mürrisch blickenden Paar in einem Alkoven zu, das schweigend beim Essen saß, als sei ihnen schon vor Jahren der Gesprächsstoff ausgegangen. »Morris«, rief er, »kennst du einen alten Burschen mit Pfeife und Wanderstecken?« Nach ein paar Augenblicken legte der Mann, dessen glattes, weißes Haar ihm links und rechts herunterhing, als habe er sich einen feuchten Mob übergezogen, Messer und Gabel weg, hob sein Peint und trank einen Schluck. Olli dachte schon, er habe den Wirt nicht gehört, aber dann sagte er plötzlich mit eher nordenglischem Akzent, »Pfeife und Stock!« Er leckte sich Schaum von den Lippen, wobei vorn in seinem Mund zwei einsame Zähne sichtbar wurden, wie zwei schiefe Grabsteine. Der Wirt sah Olli an. Der nickte. »Genau, Morris, und weißes Haar und Bart!« Das alte Paar wechselte einen Blick, dann zuckten beide mit den Schultern. Beeson grinste Olli an. »Morris ist älter als Methusalem«, sagte er so laut, dass auch der Alte ihn hörte. Dann warnte er sich diesem zu. »Wie lange wohnst du jetzt hier, Morris? Vierzig Jahre?« »Zweiundvierzig sind diese Weihnachten«, mischte sich die Frau in mürrischem Yorkscher Tonfall ein. Ihr Mann nickte. »Ei, zweiundvierzig. Sind ja damals hergezogen, weil unser Sohn mit Familie hier war.« »Morris war Eisenbahningenieur«, fügte sie etwas unzusammenhängend hinzu. »Ah«, sagte Olli, »als erkläre das alles. Verstehe.« »Weiß nicht, wen Sie meinen könnten«, schloß sie. »Ich kann für Sie herumfragen«, bot Biesen hilfsbereit an. »Danke, ich gebe Ihnen meine Telefonnummern, Mobil und Festnetz, falls Sie was erfahren.« »Wenn er hier in der Gegend wohnt, kennt ihn sicher jemand.« Plötzlich rief der alte Mann Biesen zu. »Älter als Methusalem, sagst du?« »Ja?« »Gleich erzähle ich dir was, du junger Spund!« Er begann zu kichern. Später, als Caro von der Arbeit nach Hause kam, erwähnte Olli wieder mit keinem Wort den seltsamen alten Mitterpfeife. Und Caro erzählte Olli nichts von Kingsley Parkin. Kapitel 15 Montag, 14. September Aus dem Lautsprecher dröhnte Katy Perry. Jade saß an dem Frisiertisch, der ihr auch als Schreibtisch diente, machte ihre Mathe-Hausaufgaben und ließ sich mit voller Absicht von so ziemlich allem ablenken. Mathe hasste sie nun mal, auch wenn der neue Lehrer auf dem St. Paul's College das Fach interessanter gestaltete als die trübe Tasse in Hoof. Das hatte sie ihren alten Freunden schadenfroh per Instagram geschrieben, war ein großes Plus für St. Paul's. Kein ätzender Mr. G. mehr. Mann war der miefig gewesen. So, naja, so ätzend halt. Ätzend, tippte sie auf Instagram und schickte es mit einem Foto von Mr. G., das sie vor Monaten heimlich im Matheunterricht gemacht hatte, an all ihre alten Schulfreunde. Dann legte sie das iPhone wieder auf den Tisch und sah einigen Enten zu, die über den See zu ihrer schützenden Insel schwammen. Gut, dachte sie, kluge Enten. Bringt euch für die Nacht vor den Füchsen in Sicherheit. Als habe sie Jades Gedanken gelesen, streckte sich Bumble plötzlich, sprang vom Bett, tappte zu der Wasserschale, die Jade für sie aufgestellt hatte, und begann zu trinken. Du hättest auch nichts gegen so eine Ente? Du bist nur zu faul, was, Bumble? Sie erhob sich, kniete sich zu der Katze und streichelte sie. Bumble rieb ihren Kopf an Jades Hand und begann zu schnurren. Aber da würde ich protestieren, verstehst du? Enten sind streng verboten. Ihr Zimmer war inzwischen viel ordentlicher. Alle Sachen waren aus den Kartons in Regale und Schränke geräumt. Aber so richtig gut ging es ihr nicht. Immer noch fühlte sie sich allein, isoliert. Und Rari schickte ihr längst nicht mehr so viele Nachrichten wie üblich. Woran das wohl lag, fragte sie sich misstrauisch. Und obwohl es in St. Paul's ein paar nette Leute zu geben schien, hatte sie noch keine Freunde gefunden. Ganz im Gegenteil, einige Mädchen in ihrer Klasse kamen ihr überheblich und grob vor. Sie setzte sich wieder an den Schreibtisch. Aber statt an ihre Mathehausaufgabe zurückzukehren, öffnete sie die Videostar-App auf ihrem iPad und klickte das Popvideo an, an dem sie gerade mit Phoebe arbeitete und das sie am Samstag frei bekommen wollten. In dem Video, das sie zu Uptown-Funk drehten, tanzten Phoebe und sie in identischen, Zebra-gestreiften Einteilern. Mal in Farbe, mal in Schwarz-Weiß. Und gelegentlich nur als Silhouette. Die Idee hatte sie einigen Schattenriss-Filmchen abgeschaut, die sie auf YouTube gesehen hatte. Während des Videos hatte sie vor, sie immer mehr zu Silhouetten werden zu lassen. Aber noch war sie nicht zufrieden mit ihrer Umsetzung dieses Gedankens. Ihr Handy klingelte. Sie schaltete das Video auf Pause. Es war Phoebe auf FaceTime, das blonde Haar wie üblich als fransiger Pony in der Stirn. Hey! Hey, ich vermisse dich, Jade. Ich dich auch. Ich wollte, ich wäre wieder bei euch. Dann unterbrach Jade sich. Weißt du was? Ich habe mir gerade unsere Schattenrisse angeschaut. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn du am Wochenende kommst, können wir … Phoebe runzelte plötzlich die Stirn. Du hast ja Besuch. Das ist nur Bombay. Sie ist hier ständig bei mir, genau wie in der Carlisle Road. Nicht die Katze. Deine Granny. Granny? Hinter dir. Jade lief es eiskalt den Rücken hinunter. Sie fuhr herum. Da war niemand. Die Zimmertür war geschlossen. Sie erschauderte und drehte sich wieder ihrem Handy zu, wobei sie noch einen misstrauischen Blick über die Schulter warf. Phoebe, meine Granny ist heute gar nicht da. Sie hörte, wie ihre Stimme zitterte. Ich habe sie aber doch gesehen, Jade. Dieselbe Frau, die letzte Woche hier reinkam. Am Sonntag. Schreib sie. Diesmal habe ich sie besser gesehen. Sie war viel näher, ganz dicht hinter dir. Sie hatte ein blaues Kleid an und war alt und schaute total böse. Ja, ja. Nein, echt, Jade! Mit dem Handy in der Hand ging Jade zur Tür, wartete einen Moment und riß sie dann blitzartig auf. Niemand stand draußen. Da war nur der lange, leere Flur mit den geschlossenen Türen zu den ungenutzten Zimmern. In einiger Entfernung die Treppe ins Erdgeschoss. Dann ganz am Ende die Zimmertür ihrer Eltern. Und der Fuß der Treppe zum Turmbüro ihres Vaters. Da ist niemand wirklich. Soll das ein Scherz sein, Phoebe? Willst du mir einen Schrecken einjagen? Nein, wirklich nicht. Wer steckt dahinter? Du oder Liv oder Lara oder Rory? Wollt ihr euch über mich lustig machen? Kein bisschen, Jade, glaubt mir. Haha. Kapitel 16 Dienstag, 15. September Hey, rief Olli, unendlich erleichtert, den alten Mann wiederzusehen. Dieser stand am Beginn der Zufahrt zwischen den Torpfosten, die Pfeife fest zwischen die Lippen geklemmt und sah Olli mit gegen die Sonne zusammengekniffenen Augen entgegen. Olli rannte die letzten Meter fast in Angst, der Alte könnte davonmarschieren. Ich hatte versucht, sie zu finden, aber das scheint nicht einfach zu sein. Ist es auch nicht, sagte der Alte. Kein bisschen. Er sah genauso aus wie in der Woche zuvor, mit rotgeäderten Augen, Pfeife und Wanderstock. Ich weiß noch gar nicht, wie sie heißen, machte Olli einen Vorstoß. Oh, ich halte mich da lieber zurück. Er nickte fast philosophisch. Olli streckte ihm die Hand hin. Diesmal nahm der Alte sie und schüttelte sie kraftlos mit knochigen, klammen Fingern. Ich wollte noch mal mit Ihnen reden, Mr. Harkov. Ja, da sind ein paar Sachen, die Sie über Ihr Haus wissen müssen. Genau deshalb habe ich Sie gesucht. Ich wollte Sie genauer nach dem fragen, was Sie mir letzte Woche erzählt haben. Würden Sie gern auf eine Tasse Tee oder etwas Kaltes zu trinken mit reinkommen? Der Alte Mann machte ein erschrockenes Gesicht und schüttelte heftig, fast panisch, den Kopf. Oh nein, danke. Ich will nichts trinken. Nichts? Ich gehe da nicht mehr rein. Und auch nicht in die Nähe. Vielen Dank auch. Jetzt sah er Olli ruhig an, unermessliche Traurigkeit im Blick. Die Sache ist, ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen sagen soll. Ich weiß es nicht. Haben Sie sie schon gesehen? Die Lady? Haben Sie sie gesehen? Plötzlich kam Olli der Gedanke, den Alten zu fotografieren. Wenn er den Leuten ein Foto zeigen könnte, würde ihn sicher jemand erkennen. Da er nicht glaubte, dass der Alte es ihm erlauben würde, wenn er diesen offen fragte, warf er während des Gesprächs seinen Blick auf sein iPhone, das er in der rechten Hand hielt, und wischte mit dem Daumen, bis das Kamerasymbol auftauchte. Gerade als der Alte verschwommen im Sucher der Kamera zu sehen war, begann das Telefon zu klingeln. Es war Caro. Olli konnte sein Glück kaum fassen. Er ergriff die Chance, hob das Telefon und klickte das Gespräch weg, während er so tat, als ginge er dran. »Hi, Liebling«, rief er. »Ich unterhalte mich gerade mit einem netten Herrn hier auf der Straße. Ich ruf dich zurück.« Während er sprach, schaltete er das Display wieder auf den Sucher der Kamera um, und es gelang Olli, ein gestochen scharfes Foto von dem Mann zu schießen, ehe er das iPhone in die Tasche steckte. »Entschuldigen Sie bitte.« »Also«, beharrte der Alte, »haben Sie sie gesehen, ja? »Ich glaube, meine Schwiegereltern haben sie gesehen.« Mit plötzlich furchtsamem Blick sah der Alte sich um, die Finger um den Wanderstock gekrallt. »Ich muss gehen. Ich muss dringend los.« »Warten Sie, bitte. Können Sie mir nicht mehr über das erzählen, was Sie gesehen haben. Glauben Sie, wir müssen uns deswegen Sorgen machen.« In der Sunday Times habe ich mal einen großen Artikel über Geister gelesen. Da stand was von Eindrücken in der Atmosphäre, von Energien, die irgendwie im Raum-Zeit-Kontinuum zurückbleiben. Im Internet steht auch tonnenweise solches Zeug, alle möglichen Theorien. Eine besagt, dass Geister die Seelen von toten Menschen sind, die nicht kapiert haben, dass ihre Körper tot sind und den Weg auf die nächste Ebene nicht gefunden haben. »Ich glaube, man nennt sie, ich glaube, man nennt sie erdgebundene Seelen. Oder, dass sie hier noch was zu erledigen haben. Sie sind unheimlich, aber muss man tatsächlich Angst vor ihnen haben? Ich meine, können Geister einem was tun?« »Was ist mit dem Vater von diesem Hamlet? Das ist ein Drama, eine fiktive Geschichte.« Es überraschte Olli aus dem Mund dieses Mannes, etwas über ein Stück von Shakespeare zu hören. Plötzlich aber wandte der Alte sich abrupt ab, genau wie bei ihrem ersten Treffen. »Ich muss jetzt,« sagte er und marschierte davon. Olli eilte ihm nach und holte ihn ein. »Bitte, bitte sagen Sie mir mehr über diese Frau, diese Lady.« »Fragen Sie jemanden nach dem Bagger.« »Den haben Sie letztes Mal auch schon erwähnt. Was soll mir jemand darüber erzählen?« »Dem Hecklader.« »Was meinen Sie damit?« »Niemand verläßt Ihr Haus wieder. Alle bleiben dort.« »Alle? Was soll das heißen?« »Fragen Sie nach dem Bagger.« »Was ist mit dem Bagger?« Aber der Fremde beschleunigte seinen Schritt, wobei er fest mit dem Wanderstock aufstampfte, den Blick starr in die Ferne gerichtet, das Gesicht zornesrot, als sei ihm Ollis Gegenwart zuwider. Olli blieb stehen und sah ihm nach, wieder einmal verwirrt. Dann drehte er sich um, um nach Hause zu gehen. Aber statt vor dem Zufahrtsweg stand er plötzlich vor ihrem alten viktorianischen Haus in der Carlisle Road in Hove. Langsam ging er auf die Eingangstür zu, als sei es das Natürlichste auf der Welt. Als er sie erreichte, öffnete sich die Tür, und da stand Carol mit einem fröhlichen Lächeln auf dem Gesicht. »Wir haben Besuch, Schatz«, sagte sie. Es war der alte Mann. Völlig ungezwungen erschien er hinter ihr in der Tür, als wäre er bei Ihnen eingezogen und fühlte sich hier sehr wohl. Er hob seine Pfeife. »Mr. Harkord, schön, Sie zu sehen. Willkommen daheim.« Dann schob sich ein stetes Piep, Piep, Piep in seine Worte. Der Wecker. Olli hatte geträumt. Einen völlig wirren Traum. Oder Albtraum? Carol sprang aus dem Bett. »Ich muss heute früh los«, sagte sie. »Heute Morgen geht es gleich um meinen Vertragsabschluss. Und dann muss ich zu einem Mandanten, der im Martlets Hospiz lebt.« Während die Dusche zu rauschen anfing, setzte Olli sich auf, noch Fetzen des seltsamen Traums im Kopf, und schaltete den Wecker aus. Halb sieben. Wahnsinn, wie real, wie lebensecht der Traum gewirkt hatte. Er griff nach seinem iPhone, um wie jeden Morgen Sky News zu überfliegen, und sah überrascht, dass die Akku-Warnung blinkte. Er war sich sicher, dass dieser am Abend noch voll aufgeladen gewesen war. Dann fiel ihm auf, dass die Kamerafunktion eingeschaltet war. Er fragte sich, ob er vielleicht immer noch träumte. Aus Neugier klickte er seine Fotos an. Am linken unteren Rand des Displays fand er ein neues Foto. Und jetzt wusste er genau, das konnte nur ein Traum sein. Mit klopfendem Herzen sprang er aus dem Bett und rannte ins Bad. Carol kam gerade aus der Dusche, ein Handtuch umgewickelt, ein zweites wie einen Turban um ihre Haare. »Hier, schau dir das bitte mal an«, sagte er drängend und hielt ihr das Display hin. »Sag mir, dass ich nicht träume, ja?« Sie betrachtete das Bild kurz. Dann sagte sie in diesem beißenden, freundlich ungerührten Ton, den sie manchmal an sich hatte, »Wenn sie etwas höflich kommentieren mußte, was sie kein bisschen interessierte.« »So ein netter alter Mann!« »Warum hast du ihn fotografiert?« Die Hitzewelle war vorüber. Der Morgenhimmel grau und voller dichter Regenwolken. Es nieselte leicht. Etwa alle dreißig Sekunden klärten die intervallgeschalteten Scheibenwischer den Blick durch die Windschutzscheibe. Mit Stolz und tiefer Zuneigung schielte Olli zu seiner Tochter in ihrer eleganten Schuluniform und dem zum Pferdeschwanz gebundenen Haar hinüber. Er konnte sich genau vorstellen, zu was für einer hübschen jungen Frau sie in einigen Jahren werden würde, und fragte sich, was für Jungen sie wohl anschleppen würde. Ihre derzeitige, unschuldige, niedliche Beziehung zu Rory amüsierte ihn. Aber in der heutigen Welt war Unschuld nur von kurzer Dauer. Er hoffte, Caro und er würden Jade ihre Kindheit so lange wie möglich bewahren können. Immerhin war sie sehr vernünftig. Sie hatten schon immer offen mit ihr reden können, und sie wiederum darin bestärkt, offen mit ihren Eltern zu sein. Sein Vorsatz war, sich nie vor einer Frage zu drücken, die sie ihm stellte. »Sag mal, Dad«, fragte Jade, während sie vor einer roten Baustellenampel warteten. »Glaubst du an Geister?« Das riß ihn aus seinen Gedanken. Er sah auf die Uhr im Armaturenbrett, besorgt, ob sie zu spät kämen. »Warum?« Sie zuckte mit den Schultern. »Ist was Bestimmtes?« Er strich ihr über den Kopf. Fast sofort schob sie seine Hand weg und schüttelte den Kopf. »Dad«, die Ampel schaltete auf grün, die Autos bewegten sich. Olli legte den Gang ein, und sie rollten zentimeterweise vorwärts. »Warum fragst du? Glaubst du an Geister?« Sie betrachtete ein paar Sekunden lang ihr Handy. Dann richtete sie den Blick durch die Windschutzscheibe und ließ dabei den Riemen ihrer Schultasche durch die Finger gleiten. »Gestern Abend hat Phoebe blöde Scherze mit mir gemacht und mir einen totalen Schrecken eingejagt.« »Wie?« »Wir haben auf FaceTime telefoniert, und sie war einfach nur doof.« »Was hat sie denn gemacht?« »Sie hat behauptet, hinter mir in meinem Zimmer steht Granny.« »Granny?« »Die war doch gestern nicht bei euch, oder?« Er dachte ein paar Sekunden nach, ehe er antwortete. Dachte an den vorigen Sonntag, als Jade gefragt hatte, ob ihre Großmutter zu ihr ins Zimmer gekommen sei. »Nein!« Phoebe sagte, da sei eine unheimliche Frau in blau. »Deine Gran trägt doch gar nicht oft blau, nicht wahr?« Jade schüttelte den Kopf. Dann sagte sie, »Hast du schon mal einen Geist gesehen?« »Nein.« »Hättest du Angst, wenn du einen sehen würdest?« »Ich weiß es nicht«, antwortete er ehrlich. »Können Geister uns Menschen was antun?« »Ich glaube, nur Menschen können Menschen etwas antun, Liebes. Geister nicht. Falls Geister überhaupt existieren.« »Ich glaube, Phoebe war nur gemein.« »Hört sich so an.« »Sie kommt von Samstag auf Sonntag zu dir, richtig?« Jade nickte. »Wenn du willst, könnten wir ihr einen Streich spielen. Sie ein bisschen erschrecken. Ich könnte mir ein Tuch über den Kopf ziehen und aus einem Schrank steigen. Was meinst du?« Sie grinste. »Cool.« »Das würdest du machen, Dad?« »Dann könnte ich es für unser Video filmen.« »Na dann, gern.« »Und freust du dich schon auf deine Geburtstagsparty? Es ist ja nicht mehr lange hin.« »Lädst du auch Leute aus St. Paul's ein?« »Die waren gestern so doof. Die meisten kommen ständig an und wollen mit mir befreundet sein. Außer vier Jungs. Ich glaube, die sind ziemlich assig.« »Aber wenn Leute mit dir befreundet sein wollen, ist das doch schön.« »Aber es ist so peinlich. Ich will meine Freunde.« »Die hast du doch auch noch. Aber wäre es nicht nett, wenn du an der neuen Schule auch welche hättest?« »Gibt es jemanden, den du besonders magst?« Sie dachte kurz nach. »Vielleicht eine, die Nayem heißt.« »Ich weiß noch nicht.« Wieder schwieg sie eine Weile. Dann fragte sie plötzlich besorgt. »Auch wenn die Party erst am Samstag ist, meine Geschenke bekomme ich doch schon am Donnerstag, oder?« »Klar. Jedenfalls die von der Familie. Und die von deinen Freunden bekommst du dann am Samstag. Du hast also sozusagen zweimal Geburtstag. Super! Hey! Und nächstes Jahr schaffen wir es vielleicht schon, zu meinem Geburtstag eine Poolparty zu veranstalten. Das wäre so genial!« Er lächelte. »Vielleicht.« Dann kehrten seine Gedanken zu seinem seltsamen, verstörenden Traum zurück. »Fragen Sie jemanden nach dem Bagger.« »Niemand verlässt Ihr Haus wieder. Alle bleiben dort.« Jomli rief an, als Olli auf dem Rückweg war, um zu sagen, dass er jetzt mit allem zufrieden sei und ob die fertige Website so bald wie möglich ins Netz gestellt werden könne. Olli versprach ihm, die Seite gleich auf den Server zu laden. Dann werde sie binnen einer Stunde online sein. Danach kehrten seine Gedanken zu dem seltsamen Traum zurück, den Worten des alten Mannes und dem Foto, das über Nacht auf seinem Handy erschienen war. Und dann zu der Frage, die Jade ihm gestellt hatte. War das Zufall? Er wünschte, er könnte es einfach als solchen abtun. Aber er konnte nicht. Eine Frage brannte ihm immer stärker auf der Seele. Wurde er womöglich verrückt? Es hieß, umzuziehen sei das Stressigste, was es gab. Wurden ihm der Umzug, gepaart mit seinen finanziellen Sorgen und dem Druck, sein neues Geschäft aufzubauen, langsam zu viel? Hatte er den alten Mann vielleicht schon letzte Woche fotografiert und es komplett vergessen? Oder war das irgendein seltsames Phänomen der Cloud? Seit er sein iPhone, iPad und den Laptop mit der Cloud synchronisiert hatte, hatte es immer mal Unregelmäßigkeiten gegeben. War das hier eine davon? Es musste so sein. Dann fiel ihm ein, dass es eine Möglichkeit gab, das herauszufinden. Kapitel 18 Dienstag, 15. September Als er kurz nach neun nach Hause kam, sah Olli zu seiner Enttäuschung keinen einzigen Transporter vor dem Haus stehen. Noch war kein Trupp seiner kleinen Handwerkerarmee eingetroffen. Olli eilte hinauf in sein Büro und verbrachte die nächste Stunde damit, Jomleys Website zum Laufen zu bringen und noch einmal genau zu überprüfen. Gegen elf hatte er nach einigem E-Mail hin und her ein paar letzte Defekte ausgeräumt, und Jomleys war zufrieden wie ein kleines Kind. Dann rief er Chris Webb, seinen IT-Ingenieur, an, der wirklich alles über Computer wusste, um ihn wegen des plötzlich aufgetauchten Fotos auf seinem iPhone um Rat zu fragen. Während er ihm die Sache erläuterte, schickte er ihm das Foto. »Vielleicht bist du schlafgewandelt,« fragte Webb. »Aber das Foto ist bei Tag aufgenommen.« »Komisch«, sagte Webb einige Augenblicke später. »Ich schaue mir gerade deine Fotoalben in der Cloud an. Alles ist datiert außer diesem einen Foto. Kein Datum und kein Geocode. Als wäre es aus dem Nichts erschienen. Ist es ja auch.« »Weißt du, was passiert sein könnte?«, fragte Webb. »Nein, was?« »Hast du möglicherweise, während du mit dem alten Knaben geredet hast, einen Anruf angenommen und dabei unabsichtlich ein Foto gemacht?« »Möglich. Aber ich bin mir sicher, dass ich mein Handy nicht in die Hand genommen habe, während ich mit ihm redete. »Außer in meinem Traum«, dachte Olli. »Vermutlich macht iPhoto manchmal komische Sachen. Ich habe sowas zwar noch nie gehört, aber ich nehme an, es könnte passieren.« Olli hörte ein Schlürfen. Offenbar trank Webb etwas. Dann fuhr er fort. »Weißt du noch, damals, als man Polaroid-Filme zum Entwickeln ins Fotogeschäft brachte?« »Lang ist's her.« »Oh ja. Damals, mir ist es ein paar Mal passiert, war bei den entwickelten Filmen manchmal ein fremdes Foto dabei, das zufällig mit reingeraten war. Irgendwas, zum Beispiel ein Babyfoto oder ein Schnappschuss aus dem Urlaub.« »Und sowas hätte hier auch passiert sein können?« »Aber das wäre ein Wahnsinns Zufall, Chris.« »Ich habe den Typen letzte Woche kennengelernt und mich nur kurz mit ihm unterhalten und dann wache ich heute Morgen auf und habe sein Foto auf dem Handy. Überleg mal, wie groß ist die Chance, dass so etwas passiert, dass die Cloud mir ein Foto ausgerechnet von ihm zuspielt? Wie viele Billiarden zu eins?« »Zufälle gibt's immer.« »Ich weiß, aber das...« »Ich kann das einfach nicht«, er verstummte. Nach ein paar Augenblicken sagte Webb entschuldigend, »Tut mir leid, Olli, das ist die beste Erklärung, die ich habe. Sonst bin ich überfragt. Ich werde mal mit jemandem bei Apple reden und mich erkundigen, wie oft sowas passiert.« »Das wäre sehr nett, Chris.« Nach dem Anruf blieb Olli noch ein Weilchen am Schreibtisch sitzen und starrte das Foto des alten Mannes an. Der Hintergrund war so unscharf, dass er ihn nicht einordnen konnte. Wie schon einige Male zuvor vergrößerte er das Gesicht, um sich zu vergewissern, dass er sich wirklich nicht täuschte. Aber es war nicht nur das Gesicht. Da war die unverwechselbare Pfeife, der knorrige Stock, die seltsame Haartrolle, die rotgeäderten Augen. Nun, Chris Webb hatte in Computerfragen meistens recht. Und was er gesagt hatte, war die einzig mögliche Erklärung, so weit hergeholt sie auch war. In Jeans, Sneakers und ein paar übereinandergezogenen T-Shirts ging Olli nach unten und zwängte die Füße in die Gummistiefel, die Caro ihm letzten Monat als verfrühtes Geburtstagsgeschenk überreicht hatte. Seinen Geburtstag sollte er ohnehin nur ganz klein als Abendessen mit Freunden gefeiert werden. Die rauschende Party würde warten müssen, bis ihre Finanzen sich etwas erholt hatten. Endlich kamen die Leute von der Baufirma. Sie entschuldigten sich für die Verspätung, die daher rührte, dass sie noch im Großhandel auf das bestellte Dichtungsmaterial hatten warten müssen. Doch vom Elektriker oder Installateur war ärgerlicherweise weiterhin nichts zu sehen. Er zog sich eine Baseballmütze über und marschierte in den Nieselregen hinaus und die Zufahrt entlang, in schnellerem Schritt als die vorigen Wale, denn er hatte etwas vor. Er war so tief in Gedanken, dass er kaum Notiz von den etwas lächerlich aussehenden Alpakas auf der rechten Weide nahm, die sich ihm neugierig näherten. Erst als er das Tor durchquerte, sah er zu den beiden finster blickenden Drachen auf, und blieb stehen, weil gerade das rote Postauto vom Dorf heraufkam und den rechten Blinker setzte. Direkt neben ihm hielt es. »Mr. Horcourt«, grüßte ihn der Fahrer, in der Hand mehrere von einem Gummiband zusammengehaltene Umschläge. »Wollen Sie die nehmen, oder soll ich sie Ihnen in den Briefkasten werfen?« »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wäre es mir lieber, Sie brächten sie zum Haus.« »Aber sicher! Und haben Sie den Einzug gut hinter sich gebracht?« »So gut wie.« »Sagen Sie mal, wann sammeln Sie hier die Post ein?« Olli zeigt auf den kleinen roten, halb von der Hecke verdeckten Postbriefkasten auf der anderen Straßenseite. »Einmal täglich. An Werktagen etwa um halb fünf, an Samstagen gegen Mittag. Wenn Sie später etwas aufgeben wollen, sollten Sie besser aufs Postamt nach Hesox fahren.« Olli dankte ihm, und das Postauto brummte die Zufahrt entlang davon. Dann spähte er wieder einmal in beide Richtungen die Straße entlang, aber sie war verlassen. In dem feuchten Wetter waren die Gerüche nach Laub und Gras intensiver geworben, und Olli atmete genüsslich durch, während er sich hügelabwärts wandte. Kurz darauf durchquerte er die Gartenpforte des Garden Cottages und ging zur Eingangstür. Wie schon vor ein paar Tagen stand dieser einen Spalt offen. »Hallo!« rief er. Nicht lange darauf erschien Annie Porter in ihren lehmigen Arbeitshosen in der Tür, die Hände ebenfalls lehm beschmiert. Sie schien entzückt, ihn zu sehen. »Olli! Kommen Sie doch rein! Sie wollen bestimmt noch ein bisschen Holunderblüten-Sirup, was? Ich weiß, der macht süchtig. Manche Leute hier bezeichnen ihn als Code-Hill-Kokain!« Olli lachte. Ein paar Minuten später saß er an einem kleinen Tisch aus Kiefernholz in ihrer Küche, und Annie wusch sich die Hände, kochte Kaffee und arrangierte dazu selbstgemachtes Shortbread auf einen Teller, während er geduldig wartete. Schließlich war der Kaffee fertig, und sie setzte sich ihm gegenüber. »Schön, dass Sie gekommen sind. Sie ersparen mir einen Weg. Ich hatte Ihnen ein paar Flaschen Sirup und etwas Ingwer-Marmelade bringen wollen. Danke!« »Wie gesagt, es ist herrlich, neue Gesichter im Dorf zu sehen.« Sie wartete, bis Olli sich an der Milch bedient hatte. Dann goß sie sich selbst ein. »Übrigens, ich habe noch lange über diesen Mann gerätselt, nachdem Sie sich erkundigt hatten. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wer es sein könnte.« Olli ergriff die Gelegenheit, zog sein Smartphone aus der Tasche, holte das Foto des alten Mannes auf den Schirm, vergrößerte es und zeigte es ihr. »Das ist er.« Sie runzelte die Stirn. »Das da?« »Ja.« »Das ist der Mann, den Sie letzte Woche auf der Straße getroffen haben?« »Ja.« »Erkennen Sie ihn jetzt wieder?« Sie schenkte Olli einen sehr merkwürdigen Blick, nahm ihm das iPhone ab und musterte das Foto lange ganz genau. »Das war...« »Letzte Woche?« »Dieser Mann?« »Ja, äh...« Er dachte kurz nach. »Letzten Dienstag.« Sie schüttelte den Kopf. »Das kann nicht sein.« »Ich habe mich mit ihm unterhalten.« »Ich glaube, ich habe Ihnen schon gestern gesagt, dass er sagte, er habe mal in unserem Haus gearbeitet.« Sie betrachtete das Foto noch einmal. »Wo haben Sie das her, Olli?« Er ignorierte die Frage. »Erkennen Sie ihn denn nun?« »Ja.« »Absolut.« »Wer ist er?« »Wie heißt er?« »Es tut mir leid,« sagte sie. »Es fällt mir schwer, das zu glauben.« »Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie diesen Mann letzte Woche gesehen haben?« Er nickte. »Das geht nicht.« »Er muss einen Doppelgänger haben.« »Warum denn, Annie?« Plötzlich bereitete sich in seinem Magen eine unangenehme Kälte aus. »Träumte er womöglich immer noch?« »Also, das da ist Harry Waters.« »Da bin ich mir sicher.« »Aber den können Sie unmöglich letzte Woche gesehen haben.« Ihr Blick war plötzlich sehr kühl. »Wissen Sie, das ist mir jetzt sehr unangenehm.« Olli hob die Hände. »Tut mir leid, ich...« »Worauf wollen Sie hinaus?« Ihr Ton war hart geworden. »Hinaus? Ist das ein Spiel?« Wieder starrte sie das Foto an. Olli trank einen Schluck Kaffee. Er war lecker, aber die plötzliche Veränderung an ihr ließ ihn den Geschmack kaum bemerken. »Ich weiß einfach nicht, was das soll,« sagte sie schließlich. »Ich will nur herausfinden, wer der Kerl ist, damit ich noch mal mit ihm reden kann.« Über den Tisch hinweg sah sie ihn nachdenklich an. »Sie kommen mir nicht verrückt vor, Olli.« Er grinste. »Gut zu wissen.« »Aber Sie behaupten, Sie hätten letzte Woche mit Harry Waters gesprochen und ihn fotografiert.« Er hob die Schultern. »Also, wie gesagt...« »Und ich soll Ihnen sagen, wo Sie ihn finden können.« »Bitte!« »Ich muss wirklich dringend mit ihm reden.« Sie blickte ihn unverwandt an. Sie hatte klare, graublaue Augen. Sehr hübsche, ehrliche Augen. In diesem Gespräch, das Sie mit ihm hatten... »Letzte Woche?« Er nickte. »Da hat er Ihnen erzählt, dass er mal in Cote Hill House gearbeitet hat?« »Ja.« »Was genau hat er denn gesagt?« »Dass er einmal das Haus für die Eigentümer hüten musste. Sir Henry und Lady Rothberg hießen sie, glaube ich. Ich habe nach ihnen gegoogelt, aber nicht viel gefunden. Er war Miteigentümer einer Bank und sie sind beide 1980 gestorben. »Ja, das war ganz kurz, nachdem wir hierhergezogen waren.« Wieder studierte sie das Foto intensiv. »Es... ist einfach unheimlich,« sagte sie, ohne den Blick zu heben. »Wo haben Sie das gemacht?« Er zögerte, weil er die Tatsachen nicht so verfälschen wollte, dass es nur schlimmer wurde. »Also...« »Das ist definitiv Harry.« »Aber...« »Er ist tot.« »Tot?« »Ja.« »Er starb vor... Ach, schon vor Jahren. Ich kann mich grob an den Zeitpunkt erinnern, weil damals eine Baufirma ihr Haus gekauft hatte und im Dorf viel darüber spekuliert wurde, was jetzt damit passieren würde. Irgendein Blödmann hatte das Gerücht gestreut, dass es abgerissen und an der Stelle eine Wohnanlage gebaut werden sollte. Wie auch immer. Es wurde dann doch kräftig renoviert und Harry nahm dort wieder eine Stelle als Gärtner an. Seine Frau war gestorben und er war froh, etwas zu tun zu haben. Er war ein richtig guter Gärtner. Er hatte uns damals ein bisschen geholfen, als wir gerade eingezogen waren. Ich habe von ihm einiges über Gemüseanbau gelernt. Ihre Miene wurde wehmütig. »Armer, alter Harry.« Die Katze kam herein und miaute. »Was ist denn, Horatio?« Die Katze miaute ein zweites Mal und verschwand wieder nach draußen. »Er ist übrigens auf ihrem Gelände gestorben,« fuhr Annie fort. Über die Jahre haben sich dort leider so einige Tragödien ereignet. Sein Unbehagen wuchs. Was ist mit ihm passiert? Also, soweit ich gehört habe, war er am Seeufer dabei, mit einem Minitraktor mit Hecklader, die Schlingpflanzen im See auszureißen. In den Wochen zuvor hatte es viel geregnet und das Ufer gab unter dem Gewicht des Traktors nach. Der kippte zur Seite und Harry wurde darunter eingeklemmt, knapp unter der Wasseroberfläche. Harry ist in dreißig Zentimeter tiefem Wasser ertrunken. »Ein Hecklader? Ein Bagger?« »Ja, genau. So ein hydraulischer Bagger.« Kapitel 19 Dienstag, 15. September John Johnny Richard O'Hall 4. November 1943 bis 26. Oktober 1983 Rowena Susanne Christine O'Hall 8. August 1954 bis 26. Oktober 1983 Felix John Simon O'Hall Felix John Simon O'Hall 23. Juli 1975 bis 26. Oktober 1983 Daisy Rowena Harriet O'Hall 10. März 1977 bis 26. Oktober 1983 Viel zu früh aus dem Leben gerissen, nun im Himmel vereint. Olli stand auf dem am Hang liegenden Friedhof hinter der normannischen Kirche. Jenseits der rückwärtigen Mauer grasten Schafe auf dem Hügel. Die Neugier hatte ihn zu diesem großen Marmorgrabstein mit Engelstatuen zu beiden Seiten geführt, der etwas von einem Familienmausoleum hatte und viel größer war als die übrigen Grabsteine, von denen viele schräg standen und deren Inschriften durch Verwitterung, Moos oder Flechtenbewuchs kaum noch lesbar waren. Er las die Namen der O'Halls durch. Eine ganze Familie, ausgelöscht an einem Tag. Ein Autounfall vielleicht, dachte er. Wie grausam und schmerzhaft. Aus irgendeinem Grund kam ihm der Name O'Hall vagebekannt vor. Aber er konnte ihn nicht einordnen. Er machte ein Foto davon und ging weiter die Grabsteine ab, bis er fand, was er suchte. Harry Percival Walters 25. Mai 1928 bis 19. Oktober 2008 Der schlichte Stein war viel moderner geschnitten als die meisten der anderen. Ein paar Reihen weiter legte eine ältere Frau mit Kopftuch gerade Blumen vor einem sehr neu aussehenden Grab ab, dessen Erdhügel noch stark gewölbt war. Olli kniete sich hin und fotografierte auch Harry Walters Grabstein. Als er aufstand, zuckte er zusammen, weil hinter ihm eine kultivierte Stimme erklang. War er ein Verwandter von Ihnen? Er drehte sich um. Hinter ihm stand ein hochgewachsener, schlanker, ja schlachsiger Mann Ende 40 in einem Oran-Jumper, unter dem der typische weiße Kragen eines Geistlichen hervorlugte. Er trug Jeans und schwarze Stiefel. Er hatte schütteres, helles Haar und ein attraktives Gesicht mit unbekümmertem, abgeklärtem Ausdruck, was ihn wie einen jüngeren Bruder des Schauspielers Alan Rickman aussehen ließ. Nein, ich interessiere mich nur für ihn. Er hielt dem Geistlichen die Hand hin. Oliver Harcourt, wir sind vor kurzem hierhergezogen. Ach ja, Sie wohnen in Cold Hill House. Ich bin Roland Fortinbras, der hiesige Pastor. Mit festem Griff schüttelte er Ollis Hand. Sehr Shakespeare-Scher Name, Olli musste daran denken, dass Harry Walters in seinem Traum Shakespeare erwähnt hatte. Ein seltsamer Zufall. Schon, allerdings eine Nebenfigur von geringer Bedeutung, fürchte ich. Und nur mit einem S, bei mir sind es zwei. Aber es hat auch seine Vorteile, er lächelte. Man vergisst meinen Namen nicht so schnell. Und, leben Sie sich schon ein? Ich wollte Ihnen schon bald einen Besuch abstatten, um mich vorzustellen und zu schauen, ob ich Sie für ein Paar unserer Gemeindeaktivitäten begeistern kann. Der Regen wurde stärker, aber das schien den Pastor nicht zu stören. Meine Frau Carol und ich haben tatsächlich schon darüber geredet, dass wir uns gern ins Dorfleben einbringen würden. Hervorragend! Sie haben auch eine Tochter, glaube ich. Jade, sie wird bald 13. Vielleicht würde sie gern zu einer unserer Jugendgruppen kommen. Singt sie gern? Im Stillen dachte Olli, dass Jade lieber Gift nehmen, als sich einer kirchlichen Dorfjugendgruppe anschließen würde. Naja, ich kann sie ja mal fragen. Wir könnten Verstärkung in unserem Chor gebrauchen. Was ist mit Ihnen und Ihrer Frau? Ich fürchte, wir wären nicht die brauchbarste Verstärkung. Schade. Aber wenn Sie sich gern einbringen würden, bei uns gibt es eine Menge Möglichkeiten. Wann wäre denn eine gute Zeit, mal bei Ihnen vorbeizuschauen? Carol arbeitet die Woche über in Brighton. Sie ist Anwältin. Vielleicht irgendwann samstags. Er warf einen Blick zurück auf das Grab. Übrigens würde ich Sie gerne etwas... Er brach ab. Ja? Nein, schon okay. Olli sah wieder zu dem Grabstein hinüber. Kannten Sie diesen Mann? Harry Waters? Das war vor meiner Zeit, fürchte ich. Mein Vorgänger, Bob Manthorpe, hat ihn sicher gekannt. Er ist jetzt im Ruhestand, aber ich habe seine Kontaktdaten. Darf ich fragen, warum Sie sich für ihn interessieren? Der Pastor warf einen Blick auf die Uhr. Wissen Sie was? Ich habe jetzt eine halbe Stunde Zeit. Um eins habe ich einen Termin mit einem Paar wegen Ihrer Hochzeit. Haben Sie Lust, aus dem Regen herauszukommen und eine Tasse Kaffee zu trinken? Naja, wenn es Ihnen keine Umstände macht. Roland Fortinbras lächelte. Ich bin gerne für meine Gemeinde da. Es wäre mir ein Vergnügen. Meine Frau ist gerade außer Haus, aber vielleicht kommt sie rechtzeitig zurück, um sie noch zu begrüßen. Der Pastor wohnte in einem modernen, kleinen, sparsam möblierten, schachtelartigen Häuschen. Olli saß auf dem Sofa, eine Tasse brüheißen Kaffees in den Händen. Der Pastor hatte sich mit gekreuzten Beinen im Sessel gegenüber niedergelassen. Auf dem schlichten Holztisch zwischen ihnen lagen neben einem Teller Ingwerkekse einige Exemplare des Gemeindeblatts. An einer Wand hing als zentrale Dekoration ein Kruzifix und an einer anderen erstaunlicherweise das gerahmte Farbfoto eines British Racing Green Bentley Three and a Half Baujahr 1930. Auf dem Kaminsims über der leeren Feuerstelle stand eine Reihe Geburtstagskarten. Fortinbras bemerkte, wie Olli das Foto des Autos betrachtete. Das gehörte meinem Großvater. Er war Rennamateur. Schade, dass wir es nicht mehr besitzen. Ein Kunde von mir hat so einen zu verkaufen. Für 160.000 Pfund, sagte Olli. Ein Auto mit ein paar Rennerfolgen könnte leicht den doppelten Preis bringen. Er ist mal in Le Mans mitgefahren, aber leider ausgeschieden. Was machen Sie beruflich? Etwas mit dem Internet, glaube ich. Olli grinste. Caro und ich haben überhaupt keine Erfahrung mit dem Landleben. Als wir beschlossen, hierher zu ziehen, sagte jemand zu mir, in einem Dorf wüsste jeder in Minuten schnell über einen Bescheid. Oh, meine Frau und ich sind auch Stadtmenschen. Meine erste Gemeinde war in Brixton, dann Croydon. Das hier ist mein erster Vorstoß aufs Land. Und ich muss sagen, ich liebe es. Aber Sie haben Recht, es kann hier sehr provinziell zugehen. Ich fürchte, einige der älteren Leute habe ich bereits verschreckt, weil ich im Gottesdienst gewagt habe, zur Gitarre singen zu lassen. Aber man muss an der Kirche arbeiten. Als ich hier 2010 anfing, kamen gerade mal sieben Leute zum Abendmahl und 23 zur Frühbände. Zu meiner Freude kann ich sagen, dass sich diese Zahl inzwischen erhöht hat. Aber egal. Warum interessieren sie sich nun für das Grab Harry Walters? Wie viel wissen Sie über unser Haus, Pastor? Nennen Sie mich doch Roland. Ich finde immer Pastor klingt furchtbar altmodisch und spießig. Okay, ich bin Olli. Freut mich Olli. Gleichfalls. Ja, Cold Hill House. Darüber weiß ich nicht sonderlich viel. Nur, dass es schon lange an jemanden gefehlt hat, der sich darum kümmert. Dass man für die Renovierung wohl viel Leidenschaft braucht und bereit sein muss, tief in die Tasche zu greifen. Ich hatte mich mit einer Frau aus dem Ort unterhalten, Annie Porter. Ah, Sie haben sie schon kennengelernt. Schön, sie ist eine entzückende alte Dame und eine richtige Persönlichkeit. Ihr seliger Mann war ein Held des Falkland Kriegs. Das mit dem Krieg habe ich gehört. Ich mag sie auch sehr gern. Ja, sie ist einfach reizend. Sie hat erzählt, dass es in unserem Haus schon einige Unglücksfälle gab. Ich glaube, ihr in der ferneren Vergangenheit. Zum Teil interessiert mich Harry Walters deswegen. Er starb bei einem Unfall dort, genauer gesagt auf dem zugehörigen Land. Oh, er ist im See ertrunken. Der Hecklader, den er fuhr, also eine kleine Landmaschine mit Baggerschaufel, kippte um und er fiel ins Wasser. Der Pastor sah ehrlich entsetzt aus. Wie schrecklich! Ich hoffe, das hat sie nicht verunsichert. Olli dachte nach. Dies wäre eine Gelegenheit, den Pastor zu fragen, was er von Gespenstern hielt. Aber er wollte nicht schon beim ersten Treffen wie ein Spinner wirken. Nein, überhaupt nicht. Die Vergangenheit ist... Er wusste nicht weiter. Vergangen? schlug Fortinbras vor. Olli nahm einen Schluck Kaffee. Ja, das hoffe ich. Kapitel 20 Dienstag, 15. September Na, haben Sie den Burschen gefunden, nachdem Sie suchten? fragte Lester Biesen und stellte eine Cola Light auf den Tresen. Eis und Zitrone, sagten sie? Der Wirt war heute abgelenkt. In der Gaststube hatte sich ein Dutzend lautstarker älterer Wanderer eingefunden, alle in triefnassen Outdoor- und Regenjacken, in Neonfarben und schlammigen Stiefeln. Ein paar von ihnen brüteten über einer durchnäßten Wanderkarte auf dem Tisch. Genau, Eis und Zitrone, danke. Ja, ich habe ihn gefunden. Gut. Wo sind die Toiletten, bitte? rief eine Frau herüber. Biesen deutete auf eine der Türen an der Rückwand. Olli bestellte einen Krabbensalat, trug seine Cola in einen Alkoven, so weit von den Wanderern entfernt wie möglich und setzte sich. Dann zog er sein Handy aus der Tasche, öffnete die Fotogalerie und betrachtete die Fotos, die er vor einer Stunde von Harry Walters Grabstein gemacht hatte. Mai 1928 bis Oktober 2008. Also war er 80 gewesen, als er gestorben war. Olli wischte zurück, um sich den Mann noch einmal anzuschauen. Das Foto war nicht mehr da. Verwirrt durchsuchte Olli seine Fotoalben. Er sicherte seine Fotos zwar immer schnell auf iPad, Laptop und in der Cloud, behielt sie aber üblicherweise auch noch auf dem Handy, um sich mal rasch eines anschauen zu können. All die Fotos, die er über das Wochenende und gestern vom Fortschritt der Renovierungsarbeiten gemacht hatte, waren vorhanden. Nur nicht das Foto von Harry Walters. Während er auf sein Essen wartete, rief er Chris Webb an. Dem Knacken in der Leitung war zu entnehmen, dass dieser entweder unterwegs oder an einem Ort mit schlechtem Empfang war. Ich bin auf dem Rückweg von einem Kunden, bestätigte Chris auch schon. Kann ich dich anrufen, wenn ich nach Hause komme? Kein Problem. Eine halbe Stunde später schritt Olli die Zufahrt zum Haus entlang, den Kopf zwischen die Schultern gezogen wegen des Regens, der jetzt mit voller Macht herunterprasselte. Erfreut sah er, dass vor dem Haus mehrere Handwerker Autos standen. Zudem war ein Bauschutt Container geliefert worden. Er eilte nach drinnen, wo in einigen Räumen im Erdgeschoss und Keller eifrig gearbeitet wurde. Als er nach einem Kontrollgang wieder in die Küche kam, pingte sein Handy. Eine SMS war gekommen. Chomley bat um eine Ergänzung an der Website. Während er die SMS las, kam Michael Maguire, der Installateur, unter dem Spülbecken hervorgekrochen und sah ihn an. Ah, Lord Harcourt, wie geht's, Sir? Ganz gut, und wie läuft's bei Ihnen? Olli visierte mit dem Handy die Wasserleitungen unter dem Spülbecken an und fotografierte sie, um sie seine Dokumentation der Renovierung hinzuzufügen. Ich weiß ja nicht, wer hier zuletzt am Werk war, aber das war mal ein Stümper, beschied der Ihre. Ehe Olli etwas antworten konnte, klingelte sein Telefon. Es war Chris Webb. So, bin zu Hause, wie kann ich helfen? Olli winkte dem Installateur weiterzumachen und ging mit dem Handy am Ohr durchs Atrium zur Treppe, weil er dringend seine nassen Kleider wechseln musste, wobei er wieder wachsame Blicke um sich warf. Ach, ich wollte dich bitten, mir das Foto zuzuschicken, das ich dir heute Morgen von meinem Handy aus gemeld hatte. Es ist nämlich wieder von dort verschwunden. Aber jetzt bin ich zu Hause. Auf meinem Computer wird es ja noch sein. Danke. Alles klar. Aus dem riesigen viktorianischen Margoni-Schrank, den sie aus der Carlyle Road mitgebracht hatten, nahm Olli eine Jeans, ein frisches T-Shirt und einen leichten Pullover, zog sich um und erklomm die Stufen zu seinem Turmzimmer. Seine Gedanken waren bei dem Artikel über Gespenster in der Sunday Times. Energie schien ein Schlüsselfaktor zu sein. Eine der vorgestellten Theorien besagte, dass die Energie verstorbener Menschen manchmal an dem Ort verblieb, wo sie gestorben waren. Konnte es also sein, dass die Energie einer älteren Dame, die in diesem Haus gestorben war, noch hier herum schwirrte? War es das, was seine Schwiegermutter an ihrem Einzugstag gesehen hatte? Und erklärte es auch die Lichtkugeln im Atrium? Warum hatte Jade ihm morgens die Frage über Geister gestellt? War es wirklich nur ein Albtraum gewesen, der sie Sonntagnacht so verstört hatte, oder mehr? Was zum Teufel ging in diesem Haus vor? Etwas auf jeden Fall. Er musste herausfinden, was, und eine Erklärung dafür finden, bevor auch Carrow etwas bemerkte und völlig außer sich geriet. Um dieses Haus zu kaufen, hatten sie sich weiter aus dem Fenster gelehnt, als sie sich eigentlich leisten konnten. Sie steckten bis Oberkante Unterlippe in Schulden. Einfach auszuziehen und weiter zu verkaufen war keine Option. Was auch immer hier los war, er musste der Sache auf den Grund gehen und sie bereinigen. Für jedes Problem gab es eine Lösung, das glaubte er felsenfest, alles würde gut werden. Er setzte sich an seinen Schreibtisch und stellte fest, dass seine Hände zitterten. Sie zitterten so stark, dass er drei Versuche brauchte, um das korrekte Passwort in den Computer einzugeben. Sofort klickte er seine Fotos an und durchsuchte sie gründlich. Da waren all die Fotos, die er von den Handwerksarbeiten gemacht hatte, ebenso das Foto von Harry Walters Grabstein und das aus der Küche gerade eben. Es fehlte das Foto von Harry Walters selbst. Er schaltete sein iPad und öffnete dessen Fotogalerie. Dieselbe Situation. Alles, was er fotografiert hatte, war vorhanden, außer dem Foto des alten Mannes. Wurde er verrückt? Aber Carol hatte heute Morgen eine Bemerkung über das Foto gemacht. Er hatte es Chris Webb geschickt und sie hatten sich darüber unterhalten. Er wählte Chris Nummer. Hallo Chris, sagte er als ich kann es nicht mehr finden. Webb's Antwort kam wenige Augenblicke später. Hm, tut mir leid, Kumpel, muss wirklich ein Bug in der iCloud gewesen sein, wie ich schon sagte, es ist nicht mehr da. Kapitel 21 Mittwoch, 16. September Manchmal stupste Caro ihn sanft an oder berührte sein Gesicht, wenn er schnarchte. Aber heute Nacht lag Olli hellwach. Er fand einfach keinen Schlaf. Er hatte zugesehen, wie die Digitalanzeige des Weckers von Mitternacht auf 0.30 sprang, auf 0.50 auf 1.24 auf 2.05. Jetzt war es Caro, die schnarchte, das Gesicht im Leintuch vergraben, die Arme ums Kissen geschlungen. Seine Gedanken wanderten immer wieder zu Harry Walters und dem Namen O'Hare auf dem Friedhof. Warum kam ihm dieser Name nur so bekannt vor? Irgendwo draußen in der Dunkelheit schrie eine Eule. Dann das schreckliche Quieken von etwas Sterbendem. Ein Kaninchen, das einem Fuchs zur Beute gefallen war? Nun, so funktionierte eben die Nahrungskette der Natur. Dann ein ganz anderes Geräusch. Laufendes Wasser. Er runzelte die Stirn. Woher kam das? Hatte er im Bad einen Hahn nicht ganz zugedreht? Nackt schlüpfte er aus dem Bett, so leise es ging, um Caron nicht zu wecken, und tappte über die kahlen Bodendielen ins angrenzende Bad. Das Wasserrauschen wurde lauter. Er schob sich durch die halboffenstehende Tür, zog sie hinter sich zu und schaltete das Licht ein und sah, dass die Wasserhähne beider Waschbecken voll aufgedreht waren. Er eilte hin und drehte sie zu. Doch das Wasserrauschen hielt an, weiterhin laut. Er sah zur Badewanne hinüber. Auch dort strömte aus beiden Hähnen Wasser. Er stellte sie ab, ohne dass das Rauschen verstummte. Er begriff, dass auch die Dusche lief. Er stellte sie ab und blieb mitten im Bad stehen. Es war schlicht unmöglich, vollkommen unmöglich, dass sie die alle angelassen hatten. Dad, Mom, das war Jade. Er packte seinen Bademantel vom Haken, hastete zurück ins Schlafzimmer, durchquerte es im Dunkeln. Caron rührte sich. Was n? Alles okay, Liebling. Er huschte in den Flur, schloss die Schlafzimmertür, tastete nach dem Licht und schaltete es ein. Dad, Mom! Er rannte den ganzen Flur entlang zu Jades Zimmer. Ihre Nachttischlampe brannte, und Jade stand in T-Shirt und Shorts in der Tür zu ihrem eigenen Badezimmer. Er hörte Wasser rauschen. Sie drehte sich zu ihm um, das Gesicht vor Entsetzen verzerrt. Dad, schau! Er drängte sich an ihr vorbei und blieb wie angewurzelt stehen. Über den Rand der riesigen Badewanne flutete Wasser. Der Fußboden schwamm schon. Beide Hähne waren voll aufgedreht. Er eilte durch die Pfützen hinüber und drehte sie zu. Aber das Geräusch blieb. Es kam aus der Dusche. Er riß die Tür auf und drehte den Duschhahn zu. Ich hab alles abgestellet, ganz sicher. Ich hab zwar gebadet und Zähne geputzt, aber ich hab sie alle zugedreht. Er strich ihr über den Kopf. Ich weiß, Kleines. Dann zog er die Handtücher vom Halter und breitete sie auf dem Boden aus, um das Wasser aufzusaugen. Ich hole dir Frische. Ich hab sie zugedreht, Dad. Kniend versuchte er das Wasser möglichst schnell aufzuwischen, ehe es durch die Decke drang. Er nickte. Gestern war der Installateur da, er muss sein Ventil offengelassen haben oder so. Jade ließ sich von seinen Worten beruhigen. Nicht so er selbst. Und immer noch hörte er sehr leise das Rauschen von Wasser. Mit klopfendem Herzen gab er seiner Tochter einen guten Nachtguß, schaltete die Lampe aus und hastete ins Erdgeschoss. Aus beiden Hähnen in der Küche schoss ein Wasserstrahl. Er drehte sie zu aus den Hähnen des Spülbeckens. Und als er diese zugedreht hatte, hörte er das Geräusch von draußen. Seine Gedanken wirbelten. Er drehte den uralten Schlüssel im Schloss der Tür zum Garten, stieß sie auf und trat hinaus in die kühle, taufeuchte Luft. Die Nacht war klar und wolkenlos. Über der Anhöhe von Coat Hill schien ein Viertelmond. Der Himmel sah sich völlig surreal. Das Wasserrauschen war hier lauter. Vom Rand des Abtropfbretts in der Waschküche holte er die Taschenlampe, schaltete sie ein und ließ den starken Strahl durch den Garten wandern. Etwas huschte aus dem Lichtschein davon, ein Fuchs oder Dachs, zu weit entfernt, um es genau zu erkennen. Dann sah er, woher das Geräusch kam, ein Gartenwasserhahn, aus dem es nur so sprudelte. Er drehte ihn zu. Doch als er ins Haus zurückkehrte, war das Geräusch schon wieder zu hören. Er schloss die Gartentür ab, eilte zurück ins Atrium und schaute in den Toiletten im Erdgeschoss nach. Auch hier strömte Wasser aus den Hähnen. Ich bring diesen verdammten Installateur um, dachte er und drehte sie zu. Doch das Wasserrauschen erklang noch immer. Er hastete nach oben, in dasjenige der leer stehenden Zimmer, wo es einen Wasserhahn gab. Auch hier lief das Wasser. Er drehte den Hahn zu und kontrollierte auch gleich das gelbe Zimmer, das wie ihre Schlafzimmer ein eigenes Bad hatte. Dasselbe Bild. Trotz seiner Müdigkeit versuchte er rational zu denken. Dieser Idiot von Installateur musste jeden einzelnen Hahn im Haus aufgedreht haben, um das Leitungssystem zu prüfen und sie dann sämtlich vergessen haben, abzustellen. Es war die einzige Erklärung, die er finden konnte. Noch einmal machte er eine Runde durchs ganze Haus, um zu prüfen, ob nun auch alle Hähne fest zugedreht waren. Ehe er ins Bett ging, erinnerte er sich, dass es im Dachboden noch ein Badezimmer gab, neben einem der winzigen Dachzimmer, in dem ein altes, reich verziertes eisernes Bettgestell stand und das in viel besserem Zustand war als der Rest des Hauses. Die Bauträgerfirma, die mit der Renovierung begonnen hatte und dann pleite gegangen war, schien im obersten Stock angefangen zu haben. Das Badezimmer dort besaß eine moderne Durchlauferhitzer Dusche und Toilette. Zu seiner unendlichen Erleichterung waren Waschbecken wie Duschwanne dort staubtrocken. Vage erinnerte er sich, dass dieses Badezimmer durch ein anderes Leitungssystem versorgt wurde als der Rest des Hauses, wohl wegen des sonst zu geringen Wasserdrucks dort oben. Er schlich zurück nach unten und kroch ins Bett. Diesmal rührte Carol sich nicht. Sie schien alles verschlafen zu haben. Er schaltete die Taschenlampe aus und ließ sie sanft auf den Fußboden neben dem Bett gleiten. In diesem Moment hörte er wieder Wasser rauschen, doch gleich darauf verstummte es. Kapitel 22 Mittwoch 16. September Lock Ein Wassertropfen landete auf Ollis Stirn. Er fuhr auf und sah auf die Uhr. Drei Uhr drei morgens. Lock Noch ein Tropfen. An genau derselben Stelle. Er hob die Hand und berührte seine Stirn. Sie war nass. Block. Verdammt! fluchte er. Oh Mist! Während der dritte Tropfen seine Wange streifte, tastete er neben dem Bett nach der Taschenlampe. Was ist denn? murmelte Carol. Ich glaube, wir haben einen Wasserschaden. Seine Finger fanden die Taschenlampe, aber noch ehe er sie einschalten konnte, ertönte über ihnen ein Knack, laut wie ein Gewehrschuss, und eine Flut aus kaltem Wasser, Gips und erstickendem Staub brach über sie herein. Himmel! schrie Olli und sprang aus dem Bett. Scheiße, verdammte! Er schaltete die Taschenlampe ein. Was zum Henker? Meine Güte, was? Carol befreite sich von ihrer Decke und flüchtete ebenfalls. Im Strahl der Taschenlampe, von weißem Gips bedeckt, sah sie aus wie ein Gespenst. Olli richtete den Lichtstrahl nach oben. Mitten aus der Decke war ein großes Stück herausgebrochen. Das entstandene Loch besah seinen Durchmesser von über einem Meter, und Wasser plätscherte daraus nach unten. Er schnappte sich sein Telefon vom Nachttisch, suchte die Nummer des Installateurs heraus und wählte sie. Nach mehrmaligem Klingeln, als er schon dachte, jetzt würde der Anrufbeantworter anspringen, hörte er ein Klicken, gefolgt von der überraschend munteren Stimme mit irischem Akzent. »Lord Harkot, guten Morgen, alles in Ordnung, Sir.« Kapitel 23 Mittwoch, 16. September Um die Mittagszeit wirkte es, als seien ihn so gut wie jedem Zimmer des Hauses Handwerker beschäftigt, Bauarbeiter, Elektriker und der Installateur. Das Wasser war auch durch den Boden des Schlafzimmers gesickert, das direkt über der Küche lag und hatte die Lampenkabel dort und im Atrium beschädigt. Caro hatte wegen einer dringenden Besprechung zur Arbeit gemusst, aber versprochen, so bald wie möglich nach Hause zu kommen, um zu helfen. Olli hatte den Schlafzimmerboden mit Hilfe von Wischmopp und Eimer so gut wie möglich getrocknet und dann den Arbeitern geholfen, alles mit Folie abzudecken. Brian Barker hatte erklärt, es sei schwierig, in der uralten Decke, die aus einem Putzträger aus Mörtelkalk, Rosshaar und Gips bestand, nur die herausgebrochene Stelle aufzufüllen, ohne weiteren Schaden zu riskieren. Besser und schneller ginge es, die Decke ganz herauszubrechen und neu zu vergipsen. Olli willigte ein. Mit etwas Glück würde die Arbeit bis Ende der Woche beendet sein, aber bis dahin war das Zimmer nicht bewohnbar. Das einzige Zimmer, das in einem ausreichenden Zustand war, um darin zu schlafen, war das kleine Dachkämmerchen mit dem schmiedeeisernen Bett. Dort mußten Caro und er also wohl unterkommen. Der Schlafmangel machte ihn allmählich reizbar. Im Haus herrschte eine Kakophonie von Popmusik plärenden Radios, Gehämmer, dem Jaulen von Elektrowerkzeugen und dem Raspeln von Sägen. Eigentlich mußte Olli sich dringend im Turmzimmer einschließen und ein paar Stunden konzentriert arbeiten. Jomli hatte ihm an diesem Vormittag schon zwei zunehmend ungeduldige SMS geschrieben, in denen er sich nach dem Stand der letzten Änderungen erkundigte. Und Anup Battacharya hatte ihm eine Idee für die Restaurant Website geschickt und wollte sie dringend noch heute mit ihm besprechen. Ollis Augen juckten vor Müdigkeit. Er sehnte sich nach mehr Kaffee, aber die beiden starken Espressi, die er sich bereits gemacht hatte, hatten den Wasservorrat der Kaffeemaschine aufgebraucht und momentan war das Wasser im ganzen Haus abgestellt. Im Kühlschrank erinnerte er sich, gab es noch etwas Mineralwasser. Er ging nach unten in die Küche. So ein Luxus dachte er, während er mit schiefem Grinsen die Flasche Evian nahm und genug für einen doppelten Espresso in die Maschine füllte. In diesem Moment fiel ein Schatten über ihn. Er fuhr herum. Entschuldigung, wollte sie nicht erschrecken, Sir. Hinter ihm stand Michael Maguire in seinem Arbeits Overall verschmiert und erschöpft. Er war seit vier Uhr morgens hier. Olli zwang sich zu lächeln. Ihm schoss ein Zitat durch den Kopf, das er einmal irgendwo gehört hatte. Dem Manne in Angst scheint alles zu genauso fühlte er sich momentan. Wollen Sie einen Kaffee? Ich kann Ihnen einen hiervon machen. Er hob die Flasche. Danke, gern. Wir bauen gerade eine Steigleitung. Am späten Nachmittag sollte Ihre Wasserversorgung widerstehen. So, wollen Sie zuerst die gute oder die schlechte Nachricht hören? Zuerst Kaffee. Ein paar Minuten später saßen sie am Küchentisch, während Maguire eine telefonische Bestellung bei einem Zulieferer aufgab, nutzte Olli die Gelegenheit, um seine Mails zu checken. Dann legte der Installateur auf und sah Olli auffordernd an. Bei alledem haben Sie auch eine gute Nachricht, fragte Olli nach. Lassen Sie hören. Maguire lehnte sich vor, stützte die Ellbogen auf und beäugte Olli wachsam. Also, die gute Nachricht ist, dass ich alle Materialien, Nachmittag den Rest morgen früh. Dann blickte er düster in seinen Kaffee. Und die schlechte? Ich werde Ihnen die Kosten überschlagen, aber eines kann ich Ihnen schon mal sagen, das wird teuer. Vielleicht gibt Ihnen die Versicherung was zurück, aber fragen Sie mich nicht, wie viel. Mit Glück die Schlafzimmerdecke, sagte Olli, und den Kabelschaden hier unten, erzuckte die Achseln. Was haben Sie denn nun gefunden? Woran lag es, dass aus allen Hähnen das Wasser schoss? Nun, ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber Sie wissen ja aus dem Gutachten, wie marode die Sanitär Installation ist. Jeder einzelne Dichtungsring in jedem Wasserhahn besteht aus uraltem brüchigem Gummi. Und von den Kotspuren im Speicher und dem Mauerwerk her würde ich sagen, sie haben eine Mäuseplage. Die Mistviecher haben sich Kunststoffleitungen, die von dem Bauträger seinerzeit verlegt wurden. Im gesamten System sind deshalb Lufteinschlüsse. Das führt zu Vibrationen und Erschütterungen in den Leitungen und davon sind auch die Dichtungsringe betroffen. Die gehen dadurch noch mehr kaputt. Megaya nahm einen Schluck Kaffee und sprach weiter. Sie haben hier eine völlig wilde Mischung aus Kupfer, Blei und wirklich uralten verzinkten Stahlrohren. Kupferrohre können, wenn sie alt werden, einfach platzen. Blei bekommt feine, nadelstichgroße Löcher, aus denen Wasser sozusagen ausschwitzen kann. Und die verzinkten Stahlrohre setzen durch den im Wasser enthaltenen Sauerstoff von innen Rost an. Das kann so weit gehen, dass sie verstopfen, wie eine verkalkte Arterie, was natürlich zu einem Druckaufbau im System führt. Wenn dann Vibrationen die seit Jahren kein heißes Wasser gesehen haben, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, und das gestaute, unter Druck stehende Wasser muss natürlich irgendwo hin ausweichen. Er sah Olli grimmig an und zuckte die Achseln. Dieses Ausdehnen und Zusammenziehen kann zwei Folgen haben. Entweder die Verbindungsstücke geben nach, was auch eine Katastrophe ist, weil dann das Wasser in die Wände strömt, oder die Blockaden in den Leitungen lösen sich und auf einmal schießt eine Riesenmenge Wasser durch. Wenn das passiert, haben die alten Dichtungen in ihren Hähnen keine Chance. Das Problem wird noch verschlimmert dadurch, wie ihr antiquiertes Trinkwassersystem verzahnt ist. Auf dem Speicher ist genau über ihrem Schlafzimmer ein galvanisierter Wassertank eingebaut. Wenn solche Dinger altern, bekommen die Wände Blasen und bei so plötzlichem Druck kann es sein, dass sie einfach auseinander brechen. Und das ist passiert, denken sie. Olli nippte an seinem Kaffee, der gut schmeckte. Das Aroma überdeckte einen Moment lang gnädig den feuchten Geruch, der schon den ganzen Tag im Haus herrschte. Das kann ich Ihnen nicht sicher sagen, Olli, Megaya verzog den Mund und wiegte den Kopf. Aber alles in allem, mit dem uralten Leitungssystem, das seit Jahren nicht gewartet wurde und zudem kein bisschen Wärme isoliert ist, der Mäuse Plage und dem weit über fünfzig Jahre alten Wasserbehälter im Speicher Eigentlich kriminell, wie man ein so schönes Haus so herunterkommen lassen kann. Eines sage ich Ihnen, Sie können froh sein, dass die Dichtungen alle nachgegeben haben. Hätten die Hähne Stand gehalten, dann wären Ihnen die Leitungen in den Wänden geplatzt und sie hätten jetzt Wasserschäden in sämtlichen Zimmern. Olli hörte genau zu, nippte an seinem Kaffee und dachte kurz nach. Was Sie sagen, hört sich logisch an. Aber wenn es an den Dichtungen lag, wie kam es dann, dass ich die Hähne zudrehen konnte? Die waren definitiv alle aufgedreht worden. Das kann doch nicht von allein passiert sein. Vermutlich doch, Olli. Wenn die Vibrationen in den Leitungen stark genug waren, so wie die Schrauben an einem Autorad sich lösen können, wenn sie längere Zeit Vibrationen ausgesetzt sind. Ollis Handy pinkte eine SMS. Sie war von Chomley. Er verzichtete darauf, sie jetzt zu lesen. Er sah wieder den Installateur an. Und das bei praktisch allen Wasserhähnen hier im Haus und dem draußen auch. Wie gesagt, ich kann Ihnen nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass genau das passiert ist. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit. Vandalismus. dass jemand bei Ihnen eingestiegen ist, der Ihnen schaden will. Warum sollte jemand nachts um drei in ein Haus einbrechen und überall die Wasserhähne aufdrehen, Mike? Das wäre doch total sinnlos. Ich spekuliere ja nur. Oder hat sich vielleicht Ihre Tochter mit ihren Freunden einen kleinen Scherz erlaubt? Kleinen Scherz? Megaya hob die Hände. Die Jugend von heute. Meine stellen ständig was an. Mit Jade haben wir Glück. Sie ist wirklich vernünftig. Sie ... Olli hielt inne und runzelte die Stirn. Ihm kam ein Gedanke. Jade, die als kleines Kind regelmäßig schlaf 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 gewandelt war. Konnte sie es doch gewesen sein? War es möglich, dass sie im Schlaf durchs ganze Haus gegangen war und die Hähne aufgedreht hatte? Aber warum? Und doch erinnerte er sichern einen Vorfall, als sie sieben gewesen war. Da war sie in den Gartenschuppen gegangen, hatte einige Gegenstände herausgeholt und auf den Rasen gelegt. Morgens hatte sie sich nicht daran erinnern können. Und ein andermal, etwa zur selben Zeit, hatte sie in der Küche den Kühl- und Gefrierschrank ausgeräumt und den Inhalt auf dem Boden gestapelt. Auch das, ohne sich daran zu erinnern. Als sie jünger war, ist meine Tochter schlafgewandelt. Ich frage mich, also, ob sie es doch gewesen sein könnte. Noah, er verstummte. Dann breitete er die Hände aus. Ich spekuliere Noah, sagte er verzweifelt. Tue ich ja auch, sagte Michael Maguire. Ich spekuliere ja auch nur. Kapitel 24 Mittwoch 16. September Olli ging in sein Büro zurück. Die mechanischen Erklärungen, die der Installateur aufgezählt hatte, mochten für einige der laufenden Wasserhähne gelten, aber doch nicht für jeden verdammten Wasserhahn im ganzen Haus. Er wünschte, er könnte es glauben, aber er konnte einfach nicht. Carrow hatte er noch nichts von den laufenden Wasserhähnen erzählt. Ehe die Decke heruntergekommen war, war sie gar nicht richtig wach gewesen und hatte nichts von dem Drama mitbekommen. Wie viele Wasserhähne gab es eigentlich? Er zählte im Kopf nach. Drei im Badezimmer der Dachkammer, aber die waren ja gar nicht aufgedreht gewesen. Im ersten Stock hatten ihr Schlafzimmer, Jades und das gelbe Zimmer je ein eigenes Badezimmer, dann gab es noch ein gemeinschaftliches für die übrigen vier Räume und das Waschbecken im blauen Zimmer. Sie hatten die beiden größten unbenutzten Zimmer nach der Farbe ihrer Tapete benannt. Im Erdgeschoss gab es zwei Toiletten, die Küche, die Waschküche und den Hahn auch dieses auf. Je mehr er darüber nachdachte, desto weniger überzeugend erschien ihm die Erklärung des Installateurs. Nicht für jeden ans Hauptsystem angeschlossenen Wasserhahn, nicht für jeden Einzelnen, nie im Leben. Jade? Die Möglichkeit, dass es Jade im Schlaf gewesen war, lag unbehaglich nahe. Wieder dachte er an jene Ereignisse in ihrer Kindheit zurück. Dann setzte er sich an den Schreibtisch und googelte Schlafwandeln. Wie vermutet, erschienen Aberhunderte von Seiten darüber. Er startete eine Neusuche mit genaueren Angaben. Dann überflog er die nun kürzere Liste von Seiten. Die dritte, die er anklickte, erschien ihm am vielversprechendsten. Er las sie sich mehrmals durch, vor allem die möglichen Symptome. Keine oder nur schwache Erinnerung an die Episode. Das stimmte. Jade erinnerte sich nie daran. Nur schwer möglich, den Schlafwandelnden zu wecken. Auch das traf auf Jade zu. Schreien, wenn das Schlafwandeln in Zusammenhang mit Albträumen auftritt. Vergangene Nacht hatte Jade geschrien. Er war in ihr Zimmer geeilt, hatte die Wasserhähne zugedreht und den Stöpsel aus der überfließenden Badewanne gezogen. Ihr Blick war starr vor Entsetzen gewesen. Nun, da er in Ruhe darüber nachdachte, erkannte er, dass ihm dieser erstarrte, verängstigte Blick vertraut war. So hatte sie mit sieben geblickt, wenn sie unmittelbar aus dem Schlafwandeln erwacht war. Heute Morgen auf der Fahrt zur Schule war sie sehr still gewesen, hatte sich damit beschäftigt, all ihren Freunden per Instagram dramatische Fotos von der herausgebrochenen Decke im Schlafzimmer ihrer Eltern zu schicken. Er hatte keine Ahnung, wie sie es kommentiert hatte, stellte sich aber mehrere Reihen grinsender, finster, blickender oder stirnrunzelnder Emoticons vor. Dann fiel ihm schlagartig etwas ein. Damals hatten sie Jade zu einer Kinderpsychologin gebracht. Diese hatte die Albträume und das Schlafwandeln darauf zurückgeführt, dass Jade der Schulanfang zu schaffen machte und vorausgesagt, es werde sich legen, wenn sie sich eingelebt und Freunde gefunden hatte. Die Psychologin hatte Recht gehabt, genau so war es gekommen. Auch jetzt war Jade auf eine neue Schule gekommen. Wiederholte sich womöglich dasselbe Muster? Es war denkbar. Auf seinem Bildschirm erschien der Hinweis, dass eine Mail von Chris Webb gekommen war, eröffnete sie. Der alte Knabe mit der Pfeife ist für immer weg, fürchte ich. Ich habe mich in einem Fotoforum informiert. Normalerweise kommt es zwar vor, dass Fotos in einen falschen Ordner einsortiert werden, aber ganz verschwinden sie nicht. Nicht so wie dein Freund. Ich weiß da leider keinen Rat. Bist du sicher, dass es kein Geist war? Kapitel beschleunigte, da die Ampel gerade auf grün gesprungen war und drückte Jade leicht den Arm. Klar machen wir die Party liebes. Er warf ihr einen Blick zu. Charlie, wer ist das? Meine Freundin, sagte sie sehr nüchtern, ist total nett. Eine neue Freundin? Sie nickte und blickte auf ihr Handy. Ihre Finger flogen über die Mini-Tastatur. Er war froh, dass sie heute viel fröhlicher wirkte. Tatsächlich kam sie ihm zum ersten Mal in den Zehntragen, seit sie auf St. Paul's ging, wieder vor wie früher. Geht sie in deine Klasse? Hm? Super. Natürlich kann sie zu der Party kommen. Du kannst auch noch mehr Leute aus der neuen Schule einladen. Da sind vielleicht noch zwei. Sie blickte etwas nachdenklich. Aber ich weiß noch nicht, ob ich die wirklich als Freundinnen mag. Na, es ist ja noch über eine Woche Zeit. Sie konzentrierte sich wieder auf ihr Handy und nickte nur leicht zur Antwort. Nach ein paar Augenblicken sagte sie, Charlie's Mom arbeitet bei einem Tierarzt. Aha, und sie kennt einen Labradoodie Züchter. Und weißt du was, Dad? Eine Hündin soll nächste Woche Junge bekommen. Können wir dann hin und sie uns anschauen, ja? Ich könnte dachte, du willst ein neues iPad. Ja, schon, aber einen Welpen noch lieber. Und du hast gesagt, ein Hund wäre okay. Meinst du, Bombay und Sapphire würden mit ihm klarkommen? Ich hab nachgelesen, wie das mit Katzen und Hunden ist, Dad. Ich weiß genau, was man machen muss. Olli lächelte. Er glaubte ihr. Jade hatte mit acht zwei Wüstenrennmäuse bekommen und sich wie verrückt um sie gekümmert. Der Käfig war immer tadellos gewesen. Jade hatte sie darauf dressiert, einen kleinen Hindernisparcours abzulaufen, den sie auf dem Fußboden aufgestellt hatte. Und sie und ihre beste Freundin Phoebe hatten den Tieren Pokale gebastelt und feierlich überreicht. Zu seiner und Caros großen Erheiterung hatte Jade den Tieren sogar beigebracht, die Treppe hinunter zu rennen. Auf diese sehr ernste Art, die sie manchmal an sich hatte, hatte sie erklärt, sie wolle, dass die Tiere von allein flüchten konnten, wenn jemals Feuer ausbräche und niemand im Haus sei. Weder Carrow noch er hatten Jade desillusionieren wollen, indem sie auf die eine Schwachstelle hinwiesen, die diese nicht bemerkt hatte, dass in jenem Fall die Mäuse ja in ihrem Käfig gefangen sein würden. Okay, sagte er jetzt, wir müssen mit deiner Mutter überlegen, wann wir hinfahren können, aber war da nicht noch ein Züchter mit einem Wurf? Schon, aber erst in einer Ewigkeit. Hattest du nicht gesagt, in einem Monat? Ja, sage ich doch, in einer Ewigkeit. Ewigkeiten dauerte es auch, bis Jombley ans Telefon ging. Olli fragte sich, ob das möglicherweise Absicht war, die Rache des großspurigen kleinen Mannes dafür, dass Olli ihm morgens nicht geantwortet hatte. Nach einigen Minuten legte er das Telefon auf den Tisch, schaltete den Lautsprecher ein, ließ es tuten und begann, seine Mails durchzusehen. Die erste war von seinem regelmäßigen Tennispartner Bruce Kaplan, einem gebürtigen Amerikaner und Professor für Computerwissenschaften an der Brighton University. Sie waren befreundet, seit sie beide vor 15 Jahren in Reading Informationstechnik studiert hatten. Kaplan hatte die akademische Laufbahn eingeschlagen, Olli die kommerzielle. Im Tennis waren sie sich ungefähr ebenbürtig, und er unterhielt sich gern mit Kaplan, der hochintelligent war und immer wieder eine überraschende Weltsicht an den Tag legte. Und Tennisschläger schon ausgepackt? Pendelt sich das Leben langsam ein, Freitag 1430 im Former? Schon seit etwa zehn Jahren trafen sie sich wöchentlich für ein Match im Former Sports Center auf dem Campus der University of Sussex. Nach dich auf ne Abreibung gefasst, schrieb Olli zurück. Hättest du wohl gern, kam Molls Antwort. Und sofort folgte eine weitere Mail von ihm. Übrigens in Queensland Ors Interessante Forschungen zur Makuladegeneration an. Könnte deine Mutter interessieren? B. Olli schrieb einen Dank zurück. Bei seiner Mutter war kürzlich eine beginnende Makuladegeneration festgestellt worden. Aber er bezweifelte, ob sie oder sein Vater einem Tipp nachgehen würden, der von ihm kam. Dazu waren sie viel zu konservativ. In ihren Augen hatte ihr Hausarzt immer recht. An anderen Meinungen waren sie nicht interessiert. Auch an Ollis neuem Zuhause waren sie nicht interessiert, was Olli durchaus traurig fand. Er hätte sich gewünscht, sie würden vorbeikommen und sehen, was er aus seinem Leben gemacht hatte. Doch er bezweifelte, dass sie das jemals tun würden. Schon vor dem Einzug hatte er ihnen angeboten, zu kommen und das Haus zu besichtigen. So weit hatte sein Vater rundheraus abgelehnt, und für deine Mutter mit ihren Augen wäre so eine Reise jetzt viel zu mühsam. Nicht, dass sie viel gereist war, als ihr Augenlicht noch perfekt war. Das waren sie beide kaum, obwohl sie es sich hätten leisten können. Als Betriebsleiter einer Maschinenbaufirma hatte sein Vater ganz ordentlich verdient, und seine Mutter war Grundschullehrerin gewesen. Stattdessen hatte die Familie bestehend aus den Eltern, Olli und seinen Geschwistern Bill und Janice jedes Jahr in den Sommerferien dasselbe Ferienhaus im fünfzig Kilometer entfernten Scarborough an der Küste von Yorkshire gemietet, das viel günstiger war als viele der dortigen Unterkünfte, wie sein Vater unweigerlich Jahr für Jahr betonte. Hat halt keinen Meerblick, prallte er stolz, aber was braucht man Meerblick, wenn man die paar hundert Meter zum Meer gehen und es sich direkt anschauen kann, So wenig ihre Eltern gereist waren, die Kinder hatten dies auf ihre Weise kompensiert. Janice lebte mit Mann und vier Kindern in Christchurch, Neuseeland, und Bill war Bühnenbildner in Los Angeles, wo er mit seinem Freund wohnte. Olli hatte beide Geschwister schon ein paar Jahre nicht gesehen. Da jeweils ein größerer Altersabstand zwischen ihnen lag, waren sie sich nie sonderlich nahe gewesen. Aber das kühle, distanzierte Verhältnis zu seinen Eltern war der Grund, warum er versuchte, zu Jade ein enges Verhältnis zu pflegen. Trotz seiner Vorbehalte schrieb er seinen Eltern eine Mail mit dem Link zu Dr. Warns Website und sandte sie ab. Pflicht erfüllt, auch wenn es vermutlich nichts bewirken würde. In diesem Moment fiel der Groschen. Oh Har! Hallo? Hallo! 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 riss ihn eine körperlose Stimme aus seinen Gedanken. Endlich begriff er, dass sie aus dem Telefonhörer kam. Charles? Hören Sie mal, Mr. Harcourt, so langsam reicht's mir damit, dass Sie mich den ganzen Tag verarschen. Ich bitte um Verzeihung. Wir hatten heute Nacht einen Wasserschaden im Schlafzimmer und das Haus ist im Chaos. Mit allem Respekt! Das ist nicht mein Problem. Sie hätten ja einen Angestellten bitten können, mich anzurufen. Klar war Olli in Versuchung zu sagen, mit wem hätten sie lieber geredet, Bombay oder Sapphire. Stattdessen antwortete er so höflich wie möglich, ich bitte Sie, einen so wichtigen Kunden wie Sie, würde ich niemals einem Mitarbeiter anvertrauen. Wenige Minuten später war Jomli besänftigt. Olli legte auf und nahm sich den Stapel noch nicht geöffneter Umzugskisten in der Ecke vor. Sie enthielten Akten und Dokumente. Er las die Beschriftungen, fand die richtige und öffnete mit einem Papiermesser das Klebeband. Nach etwas Wühlen kam das gesuchte braune Kästchen zum Vorschein. Er trug es zum Schreibtisch. Durchs Fenster sah er Caros Golf die Zufahrt begrüßen, aber jetzt musste er sich zuerst dieses Dokument anschauen, nachsehen, ob er sich nicht irrte. Er hoffte, er irrte sich. Auf dem Kästchen stand in Caros Handschrift »Cold Hill House historische Dokumente«. Beim Öffnen stieg ein muffiger Geruch auf. Er blätterte zu den Kaufverträgen mit der altmodischen Schrift auf dem Umschlag, dem roten Siegel rechts unten und der grünen Kordel, zusammengehalten wurden. Vor den letzten Besitzern, Bartlington Property Developments, die das Haus 2006 erworben hatten, war es bereits durch die Hände einiger Unternehmen gegangen. Ein beiliegender Hefter enthielt verschiedene Begleitdokumente sowie Grundrissskizzen, wie der Umbau des Hauses aussehen könnte. Eine davon sah vor, das Haus abzureißen und an die Stelle ein Landhotel zu bauen. Auf einer zweiten wurde das Gebäude belassen, aber zehn weitere Häuser hinzugefügt. Die dritte enthielt den Plan für ein Seniorenwohnheim. Er blätterte noch ein paar Seiten zurück, hielt inne und starrte unbehaglich auf das aufgeschlagene Blatt, auf die Namen. John Richard O'Hare, Rowena Susanne Christine O'Hare. Es war Es war ein von beiden unterschriebener Kaufvertrag für das Haus, datiert auf den 25. Oktober 1983. Er nahm sein Handy, tippte Fotos an und wischte diejenigen durch, die er auf dem Friedhof gemacht hatte. Da war der Grabstein der Familie O'Hare. Er vergrößerte es mit Daumen und Zeigefinger, um das Datum lesen zu können, an dem alle vier gestorben waren. 26. Oktober 1983. Nur einen Tag, nachdem sie das Haus gekauft hatten. Als er nach unten ging, um Carroll zu begrüßen, war ihm alles andere als wohl zumute. Kapitel 26 Mittwoch 16. September Zehn Minuten später trugen Olli und Carroll noch im Büro Outfit Bettwäsche, Decken, Kissen und Handtücher, die beiden Treppen in das winzige Dachkämmerchen hinauf, wo sie würden schlafen müssen, bis ihr Schlafzimmer wieder bewohnbar war. Na, das wird ja kuschelig, sagte Carroll, als sie eintraten. Oh ja! Das Zimmer lag unter der Dachschräge und hatte ein kleines Fenster zum Garten hinaus. Das uralte Bettgestell nahm fast allen Raum ein. Es war ganz an die rechte Wand gerückt. Davor war gerade noch genug Platz, dass man durch die Tür kam, und links ein Zwischenraum von knapp einem Meter Breite zwischen dem Bett und dem Einbauschrank entlang der linken Wand. Erinnert mich an das Bett in diesem kleinen französischen Hotel, in dem wir auf der Fahrt nach Süden übernachtet haben, weißt du noch? Zweifelnd betrachtete sie einen Moment die furchtbar fleckige alte Matratze, bevor sie ihr Bettzeug darauf fallen ließ. Damals bei Limoges, das so schrecklich knarzte, als wir Sex hatten. Sie lachte. Himmel ja, und es wackelte so, dass wir dachten, gleich bricht es zusammen. Und diese knickerige Besitzerin, die uns das Vollbad extra berechnete. Und als ich nachts raus aufs Klo wollte und aus Versehen in einem anderen Zimmer landete, grinsend schüttelte sie den Kopf. Mann, die Matratze hier muss dringend gelüftet werden. Ich hole am besten einen Heizlüfter rauf und lasse ihn ein paar Stunden laufen. Sie rümpfte die Nase. Komm, drehen wir sie um und schauen, ob die andere Seite besser aussieht. Olli warf das Bettzeug auf den Boden. Gemeinsam hoben sie die Matratze an. Die Decke des Zimmers war so niedrig, dass sie beim Umdrehen die nackte Glühbirne an dem uralten Kabel streiften. Auf der Rückseite hatte die Matratze einen großen braunen Fleck. Ich geht, sagte Carol. Sie drehten sie wieder zurück. Wird schon gehen. Wir breiten einen dicken Matratzenschoner und ein frisches Betttuch darüber, sagte Olli. Ich hoffe nur, da drin ist niemand gestorben. Oh, die letzten Besitzer sind gestorben, bevor sie überhaupt die Chance bekamen, hier zu übernachten, hätte er fast geantwortet. Doch er bemerkte nur, wahrscheinlich war es eine Dienstbodenkammer. Mir ist nur ein Rätsel, wie ein so riesiges Bett hier raufkommt, sagte sie. Ich vermute in Einzelteilen, die man hier zusammengeschraubt hat, außer das Haus wurde drumherum gebaut. Später mit frischem Bettzeug und dick aufgeschüttelten Kissen wirkte das Bett deutlich einladender. Olli umfasste Caros Talie. Wollen wir es ausprobieren? Ich muss Jade Abendessen machen. Was willst du heute Abend eigentlich? Er küßte sie auf den Nacken. Dich? Sie drehte sich ihm zu. Genau das wollte ich hören. Auf dem Weg nach unten sagte sie, es ist so ein schöner Abend. Wollen wir nicht mal an den See gehen und die Enten beobachten? Ich habe mich mit einem unserer Chefs unterhalten, der auch auf dem Land lebt und Enten an seinem Teich hat. Er sagt, wenn man sie dauerhaft zum Bleiben verlocken will, sollte man sie regelmäßig füttern, mindestens einmal am Tag. Er hat am Rand eine alte Milchkanne befestigt, in der Entenfutter schwimmt. Er hat mir gesagt, wie es heißt und wo man es online bestellen kann. Er sagte, wenn wir ihnen jeden Tag ein paar Löffel hineinfüllen, haben wir bald eine große Kolonie. Milchkanne? Damit die Ratten nicht an das Futter kommen. Die Kanne kann man anscheinend auch im Internet bestellen. Klingt gut. Ich mache mich morgen mal auf die Suche. Und sagte, ich gehe kurz hoch und ziehe mir eine Jeans an. Derweil holte Olli seinen Wecker aus dem Schlafzimmer und stellte ihn in der Dachkammer auf. Zehn Minuten später schlenderten Olli und Caro Hand in Hand in Gummistiefeln zum Seeufer. Ein einsames Blässhuhn paddelte vor ihnen in Richtung Insel davon, mit dem Köpfchen nickend wie ein Spielzeug. Ein paar Wild Enten beäugte sie zweifelnd und entfernte sich auf die andere Seeseite. Zwischen hohen Schilfhalmen machten sie sich auf den Weg um den See, blieben auf der Rückseite stehen und betrachteten über den Holzzaun hinweg die verwilderte Koppel und die steile Hügelflanke dahinter. Wäre ideal für Jades Pony, sagte Caro. Aber dann brauchten wir auch einen Stall. Momentan scheint sie mehr auf Hunde zu stehen, vor allem Seit wir hergezogen sind, hat sie Ponys gar nicht mehr erwähnt. Sie hat mich gefragt, ob sie diesen Samstag irgendwo reiten könne. In Clayton gibt es anscheinend eine gute Reitschule. Ich werde mich erkundigen, ob die sie mal schnuppern lassen. Ich hoffe, es macht ihr wieder Spaß. Sie ist jetzt eine Weile nicht geritten. Sie hob die Schultern. Ich war völlig pferdenärrisch, bis ich anfing, mich für Jungen zu interessieren. Da verlor ich schlagartig das Interesse. Meinst du, sie ist gerade in dieser Übergangsphase? Ich würde nicht sagen, dass das zwischen ihr und Rory schon ernsthaft ist. Sich am Nachmittag auf einem Milchshake zu treffen, ist eher noch ein Kinderspiel. Das hoffe ich. Von mir aus braucht sie ihre Unschuld noch nicht zu verlieren. Sie ist ein so glückliches Kind. Er grinste. Und Jungs machen unglücklich? Meine Güte, ich erinnere mich so gut, wie verrückt ich mich wegen der Jungs gemacht habe. Olli nickte. Und ich wegen der Mädchen. Über ihnen flog ein Schwarm Schwalben hoch über das Dach des Hauses hinweg in Richtung Süden. Der Sonne nachfliegen dachte Olli voller Neid auf ihr einfaches Leben. Wie schön das jetzt wäre. Carol sah zum Haus hinüber. Komisch, wie unterschiedlich die Vorder- und Rückseite aussehen. Er nickte, verglichen mit der hübschen Front, mit ihren gleichmäßig proportionierten Fenstern, war die Rückseite des Hauses völlig zusammengewürfelt. Als er sie jetzt musterte, fiel es ihm noch mehr ins Auge als je zuvor. Teils aus rotem Backstein, teils grau verputzt, mit scheinbar zufällig verteilten Fenstern verschiedener Größe. Dazu der hässliche, einstöckige Garagenanbau und das Sortiment heruntergekommener Nebengebäude, manche aus Backstein, andere aus Porenbetonstein oder Holz. Carrow deutete auf die Fassade. Ich hab's immer noch nicht ganz kapiert. Die zwei Fenster links gehören zur Waschküche und das ist die Waschküchentür. Dann die zwei Küchenfenster und die Tür zum Atrium und rechts die Esszimmerfenster. Ja. Im ersten Stock kommt von links nach rechts zuerst Jades Zimmer, dann die zwei unbenutzten Schlafzimmer und dann ganz rechts unseres? Olli überlegte. Genau. Carrow zeigte auf das Dachgeschoss. In dem hier schlafen wir heute Nacht, ja? Er nickte. Und die drei Fenster rechts? Die gehören zum rechten Speicherteil. Sie sind über die Treppe neben Jades Zimmer erreichbar. Ich glaube, all das war früher der Bediensteten Trakt. Ich schaue mal nach. Wahnsinn! In einem Haus zu wohnen, in dem man noch nicht mal einen Überblick über die Zimmer hat. Er grinste. Denk nur, wie schön es hier in ein paar Jahren sein wird, wenn wir mit dem Renovieren fertig sind. Sie lächelte, aber etwas zögernd. Ja. Zweifel? Sie zuckte die Achseln. Nein, es ist nur, es ist so einschüchternd. Ich hoffe, wir haben uns nicht zu viel vorgenommen. Ach, was? In ein paar Jahren lachen wir darüber, dass wir uns je Sorgen gemacht haben. Ich hoffe's, Schatz. Ganz bestimmt. Glaub mir. Sie schenkte ihm einen merkwürdigen Blick und verzog das Gesicht. Was ist? Nichts. Willst du's mir sagen? Nichts. Du hast recht. Und viele andere Möglichkeiten haben wir ja nicht, oder? Wir könnten umziehen. Bei der Hypothek? Die Verkäufer hatten den Preis ja schon dreimal gesenkt, weil niemand so verrückt war, sich das aufzubürden. Ich glaube nicht, dass wir so leicht einen Käufer finden würden. Nicht, bevor wir nicht eine Menge reingesteckt haben. Also geht's nicht anders. Wir müssen bleiben und weitermachen. Wieder zuckte sie mit einem seltsamen Blick die Achseln. Aber du findest das doch auch toll, oder, Liebling? Frag mich in fünf Jahren. Kapitel 27 Mittwoch 16 September Caro machte ihnen ein einfaches Abendessen, Ofenkartoffeln mit Thunfischfüllung. Ihre Version des Thunfischsalats enthielt gehackte Frühlingszwiebeln und Kapern, was Olli sehr gut schmeckte, und es gab dem Ganzen etwas Gesundes. Für Olli war klar, und Caro war da ganz auf seiner Seite, dass zum Essen der Fernseher ausgeschaltet und miteinander geredet wurde. Sie gaben sich beide große Mühe, Jade von Grund auf daran zu gewöhnen. Na, sagte Olli, erzähl uns doch was über deine neue Freundin Charlie. Neue Freundin Liebes? fragte Caro. Jade nickte Gedanken verloren, während sie etwas Thunfisch mit Kartoffeln mischte. Weiß noch nicht, ob sie eine total gute Freundin werden kann, aber nett ist sie. Ist sie auch neu in die Schule gekommen? Ja, die meisten anderen sind schon seit letztem Jahr da und hängen immer zusammen. Willst du sie zu deiner Party einladen? fragte Caro. Ich glaube ja. Und vielleicht noch Holly. Die würde ich auch gern fragen. Olli und Caro lächelten sich zu. Es war ein gutes Zeichen, dass Jade Freunde zu finden begann. Danach ging Jade auf ihr Bad aus der Sammelbox an, die er ihr letztes Weihnachten geschenkt hatte, und sie hatten es immer noch nicht weiter als bis zur ersten Hälfte der zweiten Staffel geschafft. Caro witzelte oft, die Serie würde sie wohl bis ins Rentenalter begleiten. Danach stand Caro auf, gähnte und machte sich zu ihrem fast zwanghaften Kontrollgang durchs Haus auf, wie sie es schon in Brighton immer getan hatte. Sie konnte nicht schlafen, ehe sie nicht sicher war, dass alle Türen und Fenster im Erdgeschoss fest geschlossen waren. Sie brauchte sogar zwei Überprüfungsrunden. Olli ließ sie gewähren. Er wusste aus Erfahrung, dass sie sonst mitten in der Nacht in Panik aufwachte und nachschauen gehen musste. An diesem Abend kam er mit und kontrollierte, ob die Arbeiter auch keine gefährlich offene Elektrik hinterlassen hatten, die möglicherweise ein Feuer verursachen konnte. Bisher waren in keinem der Zimmer Fortschritte zu erkennen. Egal wo die Handwerker zugange waren, alles schien in deutlich schlechterem Zustand als bei ihrem Einzug. Momentan waren sie nun mal beim Herausreißen und Entkernen. Ich liebe dich so wahnsinnig, sagte er, als sie auf dem Treppenabsatz vor dem Dachzimmerchen angekommen waren und schlang ihr die Arme um die Taille. Sie drehte sich zu ihm um. Ich dich auch. Und wie! Sie küßten sich. Und dann noch einmal, plötzlich mit tiefer Leidenschaft. Er schob ihr das T-Shirt hoch und ließ die Finger hinter ihre Jeans gleiten. Hab ich dir jemals gesagt, dass du den süßesten Po der Welt hast? flüsterte er. Nein, Mr. Harkot, gab sie zurück, eifrig damit beschäftigt, seine Hose aufzuknöpfen. Haben sie nicht, glaube ich. Er ließ die Hände langsam nach vorn wandern und schob sie zwischen ihre Schenkel. Sie hatte seinen Gürtel gelöst, seine Hose geöffnet und zog sie ihm mit einem Ruck herunter. Dann die Boxershorts. Sie kniete sich vor ihn hin und nahm ihn zwischen ihre kühlen Hände. Eine Woge herrlicher Gefühle durchzuckte ihn und erkeuchte. Dann half er ihr aufzustehen, öffnete ihr die Jeans und befreite sie davon und von ihrem Spitzenslip. Halb stolpernd, halb tänzelnd, die Jeans zwischen den Knöcheln taumelten sie eng umschlungen durch die Tür. Er lenkte sie rückwärts zum Bett und half ihr darauf nieder zu sinken. Danach, als er auf ihr lag, die Dunkelheit kaum erhellt von der trüben gelben Glühbirne draußen über der Treppe grinste er. Ich finde das Bett hier eigentlich ziemlich gut. Ja, gar nicht so schlecht, was? Zehn Minuten später lagen sie mit geputzten Zähnen und ihrer restlichen Kleidung entledigt eng aneinander gekuschelt im Bett. Ich liebe dich, flüsterte Olli. Sie murmelte etwas zurück, unverständlich, aber zufrieden. Er erwachte aus einem Albtraum, völlig desorientiert, sein Herz hämmernd bis in die Fingerspitzen. Wo war er? Etwas füllte ihn ein, etwas Finsteres, Undefinierbares, ein schreckliches schwarzes Grauen. Dann war ihm als bewege sich das Bett, schaukelte ganz leicht. Ein unwahrscheinlicher Druck presste ihn auf die Matratze, als wäre die Luft plötzlich bleischwer und lastete auf ihm. Er drückte, erstickte ihn. Unfähig zu atmen, warf er den Kopf wild hin und her. Nackte Panik durchraste ihn, er rang nach Luft, sog mit aller Kraft durch Mund und Nase. Es war, als habe sich die Luft in klebrigen Ruß verwandelt. Dann war wieder alles gut. Er konnte wieder ganz normal atmen. Neben sich hörte er Caros stetige Atemzüge. Mit pochendem Herzen wälzte er sich herum und blickte zum Radiowecker hinunter, den er auf den Boden gestellt hatte. Null Uhr. Er starrte auf die blinkenden grünen Ziffern. Das passierte normalerweise bei einem Stromausfall. Hatten sie jetzt einen? Oder hatte es einen gegeben? Etwas bewegte sich. Im Zimmer war jemand. Jade? Bewegung, neben ihm. Shit, oh shit! Jemand stand vor dem Bett und sah auf Carrow und ihn herunter. Er begann zu zittern. Ein Fremder im Haus, ein 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 Schatten verschob sich ein winziges Bisschen. Carrow regte sich nicht. Er ballte die Fäuste. Sein Herz raste noch heftiger, als wolle es ihm aus der Brust springen. Da erklang eine Stimme. Ehe eines kleinen Jungen, schrill und glasklar und erregt. Sind wir bald da? Sie schien vom Fußende des Bettes zu kommen. Dann die Stimme eines Mädchens, ebenso schrill. Sind da tote Leute drin, Mama? Gelähmt vor Angst hörte Olli zu. Er musste träumen, er musste einfach. Plötzlich ein Aufschrei, so voller Entsetzen und Schmerz, dass ihm das Blut in den Adern gerann. Und dann noch mehr Schreie. Sekunden später eine Männerstimme, darin schieres Grauen. Du lieber Gott! Plötzlich roch Olli Zigarrenrauch, und zwar nicht nur einen Hauch davon in der Nachtluft, sondern den dicken stechenden Rauch einer Zigarre ganz in der Nähe, in diesem Zimmer. Die Gestalt stand noch immer neben dem Bett, bewegte sich nun wieder ganz leicht, gerade so viel, dass man erkannte, dass es eine Person war, und nicht der Schatten eines Möbelstücks. Und über sich sah Olli einen kleinen glühenden Kreis. Der Mann neben dem Bett rauchte eine Zigarre. Wer sind Sie? wollte Olli schreien. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Aber die Worte blieben ihm in der Kehle stecken. Angst tobte in ihm wie ein Polarsturm. Himmel, oh Himmel! Und dann wurde an dem Bett gerüttelt. Olli! Olli! Caros Stimme sanft, leicht beunruhigt. Olli! Olli! Du träumst schlecht! Du hast geschrien! Psst! Sonst wacht nur Jade auf! Völlig verwirrt riß er die Augen auf, spürte Caros warmen Atem auf dem Gesicht. Das Blut pochte in seinen Adern. Er zitterte. Das Bettzeug war schweißnoß. Sorry! keuchte er. Tut mir leid. Ich hatte einen schrecklichen! Sie Licht! Alles gut! Schlaf weiter! Einige Augenblicke lag er da und atmete tief durch, wagte nicht, die Augen zu schließen, aus Angst, wieder in den Traum zurückzukehren. Sein Körper war wie aus Blei, die Schwerkraft schien ihn tief in die Matratze zu drücken. Langsam trieb er davon, lag mit Carrow auf einem Floß mitten im Ozean, unter wolkenlos blauem Himmel und der gelben Scheibe der Sonne, so viele Fenster, so viele Fenster, so viele, oh ja, sie deutete auf den Himmel, so viele. Das Floß schaukelte im Das Floß schaukelte im sanften Seegang. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel. Die Wellen wurden höher, warfen das Floß auf und nieder. Es schwankte so sehr, dass sie sich nur mit Mühe daran festklammern konnten. Piep, 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 der Wecker. Schläfrig blinzelte er. Frühs Morgenlicht erhellte das Zimmer. Aber etwas stimmte nicht. Wo war er? Ah ja, er erinnerte sich, in der Kammer auf dem Speicher. Doch selbst jetzt noch stimmte etwas nicht. Piep, piep, piep. Plötzlich erinnerte er sich, dass es in der Nacht einen Stromausfall gegeben hat. Der die Uhrzeit auf null Uhr zurückgesetzt hatte. Mist, wie spät war es? Er streckte die Hand aus, um den Schlummerknopf zu drücken, sich noch zehn Minuten Schlaf zu erstreiten. Aber worauf er traf, war die Wand. Er runzelte die Stirn und begriff, dass er an der Wand lag. Nur wenige Zentimeter vor sich sah er das fleckige Kreismuster der Anaglipter Strukturtapete. Wo zum Teufel war sein Radiowecker? Noch immer leicht wirr vom Schlaf, erinnerte er sich an die Gestalt neben dem Bett in seinem Traum, mit einer Zigarre. War in der Nacht ein Einbrecher da gewesen? Da erklang Carols ziemlich verstörte Stimme. »Olli? Hm? Olli? Was... Was ist da bitte passiert?« »Passiert?« fragte er schläfrig. »Scheiße!« sagte sie und bohrte ihm einen Finger schmerzhaft in den Rücken. »Scheiße! Scheiße!« »Was denn? Schau doch!« In ihrem Ton war echtes Entsetzen. »Schau was! Schau zum Fenster, verdammt!« Er starrte auf das Fußende, wo das Fenster war. Nur befand es sich nicht mehr dort. Langsam setzte sich seine trübe Erinnerung zusammen. Sie lagen in der Dachkammer, weil im Schlafzimmer wegen des Wasserschadens die Decke eingebrochen war. Als sie zu Bett gegangen waren, war das Fenster, das keine Vorhänge besaß, direkt über dem Fußende des Bettes gewesen. Jetzt befand sich dort die Wand mit der geschlossenen Tür zum Flur. Er runzelte die Stirn. Sie hatten Liebe gemacht, wild und leidenschaftlich. Waren sie dann mit dem Kopf zum Fußende eingeschlafen? Abrupt setzte er sich auf und schlug sich den Kopf an zwei aufrechten Streben des schmiedeeisernen Kopfteils. »Olli«, sagte Carol mit zitternder Stimme, »was in aller Welt ist da passiert?« Endlich wurde er wach, schrecklich wach und begriff. »Das Bett«, das Bett hatte sich während der Nacht bewegt. Es hatte sich um 180 Grad gedreht. Kapitel 28 Donnerstag, 17. September Nackt und zitternd standen Olli und Carol neben dem Bett. »Werden wir verrückt?«, fragte sie. Er hob nacheinander alle Ecken der Matratze an und starrte auf die verrosteten Schrauben hinab, mit denen der Rahmen an Kopf und Fußteil befestigt war. Er versuchte mit den Fingern an den Muttern zu drehen, aber keine bewegte sich. »Es ist unmöglich, Olli! Es ist einfach unmöglich!«, ihre Stimme bebte. Er blickte zur Decke, auf die Wände, dann wieder nach oben. Sein Gehirn war noch immer wirr. »Verdammt nochmal! Träumen wir?« »Nein, wir träumen definitiv nicht!« Der Radiowecker stand auf dem Boden, wo er ihn gestern Abend abgestellt hatte. Das Display zeigte 6.42 Uhr. Irgendwie hatte die Zeit sich wieder richtig eingestellt. Plötzlich schien das Zimmer sich seitwärts zu neigen. Er musste sich am Kopfteil abstützen, um nicht zu fallen. Er sah seine Frau an, ihre gewalteten Augen, ihr bleiches Gesicht, darin Verwirrung und Angst. Dann zog er sich Jeans und T-Shirt über. »Ich bin gleich wieder da!«, eröffnete die Tür. Auch sie nahm Jeans und T-Shirt. »Warte auf mich! Ich bleibe nicht allein in diesem Zimmer!« Barfuß folgte sie ihm die schmale Holztreppe hinunter. »Schaust du bitte nach Jade!«, bat er sie, als sie im ersten Stock ankamen. Sie nickte und wankte wie in Trance zu Jades Zimmer. Oli stieg ins Atrium hinunter und eilte durch die Küche in die Waschküche, wo sein Werkzeugkasten stand. Er schleppte ihn nach oben in die Dachkammer, nahm einen verstellbaren Schraubenschlüssel heraus, hob eine Matratzenecke an und versuchte, die verrostete Mutter zu lockern. Sie rührte sich nicht. Er setzte den Schraubenschlüssel ein zweites Mal an, legte all seine Kraft hinein. Mit widerstrebendem Knirschen bewegte sich die Mutter um den Bruchteil eines Millimeters. »Soll das eine Art Scherz sein?« Caro war wieder nach oben gekommen. »Ja!« Oli versuchte es noch einmal. Nacheinander versuchte er es mit allen vier Muttern. »Nein, ganz bestimmt nicht. Ein Bett kann sich doch nicht mitten in der Nacht drehen. Was geht hier vor? Sag's mir! Ist das ein bescheuerter Witz? Sag's mir! Ich find's nämlich nicht lustig. Sollte es ein blödes Spiel sein, um mir einen Schrecken einzujagen?« Er sah sie an. »Ja, klar. Ich bin mitten in der Nacht aufgestanden, hab das Bett auseinandergeschraubt und andersrum wieder zusammengebaut, ohne dass du aufgewacht bist. Warum sollte ich das tun, Caro? Glaubst du das etwa wirklich? Hast du eine bessere Erklärung? Es muss eine geben.« Er musterte wieder die Decke, dann die Wände, das Bett, kalkulierte die Abstände, die Zimmergröße. Tränen liefen Carols Wangen hinunter. Er stand auf und umarmte sie fest. »Hey!« »Lass es uns mal rein rational durchdenken.« »Tue ich doch, Olli. Ich durchdenke es rational.« Ihre Atemzüge waren tiefe, abgehakte Schluchzer. »Ich denke rational, verdammt! Ich glaube, dieses Scheißhaus ist verflucht!« »Ich glaube nicht an Flüche.« »Nicht?« »Fang vielleicht besser mal damit an!« Er umschlang sie noch fester. »Komm schon. Duschen wir und machen uns Frühstück. Und dann denken wir das durch.« »Das ist diese verdammte Frau«, stieß sie hervor. »Welche Frau?« Sie wurde etwas ruhiger und schwieg eine Zeit. Dann sagte sie, »Ich glaube, wir haben einen Geist.« »Einen Geist?« »Ich wollte nichts sagen, weil ich dachte, du hältst mich vielleicht für verrückt. Aber ich habe da was gesehen.« »Was?« »An dem Morgen, an dem wir eingezogen sind.« »Du warst schon unten.« Ich habe mich noch vor dem Spiegel geschminkt. Da sah ich genau hinter mir eine Frau. Alt, glaube ich, mit verkniffenem Gesicht. Ich drehte mich um, aber da war nichts. Ich dachte, es sei Einbildung gewesen. Aber ein paar Tage später habe ich sie noch einmal gesehen. Und am Sonntag auch im Atrium, wie sie irgendwie hindurchglitt. »Kannst du sie beschreiben?« Die Beschreibung stimmte mit der ihrer Mutter überein. »Ich denke, ich habe sie auch gesehen, Liebling«, sagte er, »und ich wollte dir nichts sagen, um dich nicht zu erschrecken.« »Na, super! Verdammt! Da ziehen wir in unser Traumhaus und stellen fest, dass wir ein blödes Gespenst haben?« Ich habe in der Sunday Times einen Artikel über Gespenster gelesen. Darin stand, dass manchmal, wenn jemand in ein altes Haus zieht, dadurch sozusagen etwas aktiviert wird, eine Art Erinnerung an einen früheren Bewohner. Aber nach einer Weile beruhigt sich das auch wieder. Wenn sich in der Nacht mein Bett dreht. Kommt mir das nicht wie eine Beruhigung vor? Dir? »Dafür muss es doch eine rationale Erklärung geben. Es muss einfach!« »Ja?« »Erzähl! Ich bin ganz ohr!« Zwanzig Minuten später ging Olli geduscht und rasiert nach unten, holte die Zeitungen aus der Klappe an der Haustür und ging in die Küche. Wie üblich schaltete er das Radio ein und begann, den Frühstückstisch zu decken. Dabei versuchte er klar und logisch nachzudenken. Es mußte eine Erklärung für das Geschehen in der Nacht geben. Konnten sie sich all das komplett eingebildet haben? Hatte das Bett vielleicht von vornherein anders herum gestanden? Aber er konnte sich noch genau erinnern, wie sie sich vor dem Schlafengehen darüber unterhalten hatten, wie schön es sein würde, am Morgen mit Blick auf den See zu erwachen. Wurde er verrückt? Oder sie beide? Und dann die seltsamen Stimmen, die er in der Nacht gehört hatte. Hatte er sie geträumt? Bombay kam herein und miaute ihn an. Sekunden später gesellte sich Sapphire hinzu. Er schüttete ihnen Trockenfutter in den Napf, gab ihnen frisches Wasser und stellte dann Jade ihre Cheerios, Milch und eine Schale hin. Er brauchte unbedingt einen Kaffee. Und da Jade noch nicht erschienen war, schaltete er selbst die Maschine ein und machte sich einen doppelten Espresso. Während die Maschine zu zischen begann, schnitt er etwas Obst für sich und Carrow auf. »Dad«, ertönte hinter ihm Jades vorwurfsvolle Stimme. Er drehte sich um. »Morgen, Liebes«. Sie stand in Schuluniform in der Küchentür, ihr Gesicht müde und bleich. »Das ist doch mein Job. Warum hast du nicht gewartet?« »Ich brauche heute mindestens zwei. Du darfst mir den zweiten machen.« »Von mir aus...« Etwas verärgert setzte sie sich hin und griff nach der Cheerios-Packung. Olli begann, eine Mandarine zu schälen. »Wie hast du geschlafen?« »Ach, nicht besonders.« »Oh«, sie sah ihn an und hob den Finger an die Lippen. »Nicht Mom sagen, ja. Das ist jetzt streng geheim.« Olli legte ebenfalls den Finger an die Lippen. »Kein Sternswörtchen, okay.« »Was denn?« »Na ja, ich glaube, ich habe einen Geist gesehen.« Kapitel 29 Donnerstag, 17. September Den größten Teil des Schulwegs saß Jade schweigend neben Olli im Range Rover. Auch beim Frühstück hatte sie geschwiegen, nachdem sie ihre kleine Bombe hatte platzen lassen und schien entschlossen, das auch weiterhin zu tun. Auch er hing seinen aufgewühlten Gedanken nach. Aber schließlich sagte er, »Okay. Genug ins Blaue gestarrt.« Sie warf ihm einen verstimmten Blick zu. »Jetzt komm schon, Liebes. Erzähl mehr.« »Du hast deinen Geist gesehen. Was für einen?« »Ein kleines Mädchen.« »Vor meinem Bett, am Fußende.« »Aha.« »Hattest du Angst?« »Na ja, irgendwie schon.« »Wie hat sie ausgesehen?« »Genau so wie immer.« »Das überraschte Olli.« »Du hast sie schon öfter gesehen?« Sie nickte. »Wie oft?« »Weiß nicht. Ein paar Mal.« »Warum hast du mir oder deiner Mom nicht schon längst was davon gesagt?« Sie zuckte die Achseln. »Ich dachte, Mom würde dann auch Angst kriegen.« »Du weißt doch, wie sie ist.« »Wir war ständig so eine alte Frau hinter mir.« Er hielt vor einer Ampel und runzelte die Stirn. »War das die, von der du glaubtest, es wäre Gran?« »Hat Phoebe also auch am ersten Sonntag etwas gesehen, als du fragtest, ob Gran bei dir im Zimmer war?« »Ja, verstehe.« »Und was hältst du von alledem?« »Ich finde es ziemlich cool.« Olli lächelte. »Wirklich?« Sie nickte wieder, heftig, mit leuchtenden Augen. »Ich finde es total abgefahren, dass wir einen Geist haben.« Dann aber verdunkelte sich ihre Miene. »Wobei, das Mädchen, das immer zu mir kommt, mag ich nicht so gern. Sie ist irgendwie fies.« »Warum?« »Weil sie so finstere Sachen sagt.« »Was für Sachen?« In diesem Moment warf die Frau in dem kleinen Toyota-Kombi vor ihnen einen Pappbecher aus dem Fenster. In Olli zuckte Wut auf. »Warum? Warum taten Menschen so was?« Voller Zärtlichkeit sah er seine Tochter an. Sie war anständig. Sie würde niemals Müll aus dem Autofenster werfen oder ein Tier quälen. In ihr war nicht ein Fitzelchen-Gemeinheit. Im Gegenteil. Manchmal machte er sich Sorgen, dass sie zu vertrauensselig war. Nach ein paar Momenten sagte Jade, »Jedes Mal, wenn ich sie sehe, sagt sie mir, dass ich mir keine Sorgen machen solle, weil ich schon bald bei ihr wäre.« »Wir alle. Du, Mom und ich.« »Wo bei ihr?« »Auf der anderen Seite.« »Das sagt sie zu dir?« Jade nickte. »Sie sagt, wir seien schon tot.« »Und was sagst du dann zu ihr?« »Dass sie einfach doof ist, das ist sie nämlich.« Ihre Vehemenz heiterte ihn ein bisschen auf. Er lächelte. »Ja, die ist echt doof.« »Tote Leute können einem nichts tun, oder, Dad?« »Das hast du mir doch schon mal gesagt.« »Ja, hab ich.« Er bemühte sich, überzeugend zu klingen. »Tote Leute können einem nichts tun.« Ein paar Minuten später sah er ihr nach, wie sie mit ihrem kleinen bunten Rucksack auf dem Rücken und der Gitarre in der Hand vor der Schule auf eine Gruppe Mädchen zueilte. »Ihren neun Freundinnen?« So saß er noch lange, nachdem sie fröhlich schwatzend mit den anderen drinnen verschwunden war. Zweifellos als glänzender Mittelpunkt, weil sie sich in der Nacht ganz exklusiv mit einem Geist unterhalten hatte. Dann fuhr er nach Hause, in der Hoffnung, dass schon ein paar der Handwerker eingetroffen sein würden. Was zum Teufel war nur in der Nacht passiert? Er begriff, dass er nervös war und dass es ihm momentan widerstrebte, allein in ihrem Haus zu sein. Kapitel 30 Donnerstag, 17. September Nach den Ereignissen des Morgens kam Carol etwas zu spät ins Büro. Ein Mandant wartete bereits im Empfangszimmer und für eine andere Partei, die vierköpfige Familie Benson, die heute umziehen wollte, bahnte sich ein Problem an. Der Anwalt der Käuferpartei ihres Bungalows in Peacehaven hatte soeben eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, sein Mandant habe Probleme mit seiner Bank und das Geld werde heute nicht verfügbar sein. Was bedeutete, dass der Kauf nicht abgeschlossen werden konnte? Mist, dachte sie. Jetzt würde sie die Bensons anrufen müssen, deren eigener Hauskauf von dem Verkauf abhing, um ihnen die schlechte Neuigkeit mitzuteilen. Mrs. Benson war gelassen und umgänglich, aber ihr Mann Ron war geradezu krankhaft aufbrausend und würde ihr garantiert Ärger machen. Sie ging nach oben in ihr Büro, bat ihre Sekretärin, noch fünf Minuten zu warten, ehe sie den Mandanten hochschickte, und keinen Anruf durchzustellen. Dann setzte sie sich an den Schreibtisch, suchte die Telefonnummer ihres merkwürdigen neuen Mandanten, des Mediums Kingsley Parkin, heraus und wählte sie an. Zu ihrer Enttäuschung ging nach sechsmaligem Klingeln der Anrufbeantworter an, auf dem seine gezierte Stimme zu hören war. »Sie sind verbunden mit Kingsley Parkin. Verzeihen Sie, dass ich aufgrund unvorhersehbarer Umstände nicht ans Telefon kommen kann. Ha, war ein Witz. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht und Ihre Nummer, falls ich die nicht schon habe. Dann wird sich jemand mit Ihnen in Verbindung setzen.« Carol waff einen Blick in ihren Terminkalender. Ärgerlicherweise hatte sie am Vormittag einen Termin nach dem anderen. In ihrem Postfach stapelten sich über hundert Mails, und der Bergbriefpost war noch gar nicht eingetroffen. Sie wies ihre Sekretärin an, für den Fall, dass Parkin zurückrief, während sie im Gespräch war, diesen zu fragen, ob er heute Zeit habe, sich auf ein rasches Mittagessen mit ihr zu treffen, oder wenigstens sagen könne, wann man ihn erreichen konnte. Sollte Parkin dem Mittagessen zustimmen, dann solle die Sekretärin ihrer besten Freundin Helen Hodge absagen, mit der sie eigentlich verabredet war. Carol hatte Glück. Kurz nach halb elf, als ihre dritte Mandantin, eine freundliche ältere Witwe, die einen Bungalow kaufen wollte, sich soeben in ihrem Besuchersessel niederließ, rief ihre Sekretärin durch. Parkin schlage ein Mittagessen im Lafitte-Café vor, wo es für eine Unterhaltung angenehm ruhig war. Carol stimmte sofort zu. Im Lafitte war sie noch nie gewesen, aber es lag nur fünf Minuten zu Fuß entfernt. Unter tausend Entschuldigungen traf sie erst um Viertel nach eins im Lafitte ein. Kingsley Parkin, in knallroten Hosen, einem kirschroten Hemd mit bis über die Ohren reichendem Kragen, einem weißen Jackett und Chelsea-Boots mit Kuba-Absatz, sprang vom Sofa neben dem Eingang auf. Er war sogar noch kleiner, als sie ihn in Erinnerung hatte. »Nein, nein, rechtfertigen Sie sich nicht für die Verspätung, Liebste. Wie ein irischer Freund von mir sagt, als Gott die Zeit erschuf, macht er eine Menge davon.« Sie lächelte. Dann ließ sie etwas unbehaglich über sich ergehen, dass er sie umarmte und auf beide Wangen küßte. Sie versuchte, ihre Beziehungen zu Mandanten streng formell zu halten. Aber das hier war ein Sonderfall. Wie zuvor stank er nach Tabak. »Nett hier«, bemerkte sie beifällig mit einem Blick auf eine Wand, die mit Surffotos dekoriert war, und eine andere, orange gestrichene, an der über einer Zimmerpalme wie moderne Gemälde vier gestreifte Surfbretter hingen. »Surfen Sie?« »Nur im Internet, Liebste. Sport ist nicht meine Stärke. Ich freue mich sehr, dass Sie mich so kurzfristig treffen konnten. Und ich bin froh, dass Sie angerufen haben. Ich habe mir große Sorgen um Sie gemacht. Wirklich? »Ich habe uns den Tisch dort hinten reserviert,« erklärte er und fügte halblaut hinzu, »und ich habe darum gebeten, dass auch der Nebentisch frei bleibt, damit man uns nicht belauschen kann. Ich vermute, ich weiß, worum es geht.« Sie setzten sich in die Ecke und bestellten. Während sie auf ihr Essen warteten, beschränkte Carol sich aufs Geschäftliche, indem sie ihn auf den neuesten Stand ihrer Recherche zu dem Grundstück brachte, an dem er interessiert war. Danach machten sie etwas Smalltalk. Schließlich kamen Caros Hühnersalat und Kaffee, und vor den alternden Rocker wurde ein Proteinshake, ein Glas eisgekühltes Wasser und ein großes Pita-Brot mit Falafel gestellt. Als der bärtige Kellner wieder gegangen war, sagte Parkin, »Ich habe am Montag versucht, Sie zu warnen, Liebste,« und griff mit der Hand nach seiner Pita. Als Falafelstücke herausfielen, legte er sie jedoch auf den Teller zurück und begann, ihr mit Messer und Gabel zu Leibe zu rücken. Carol starrte auf ihrem Berg Salat hinab. Sie hatte überhaupt keinen Appetit. »Ich habe...« »Also eigentlich glaube ich nicht an solche okkulten Sachen, Geister und so. Meine Mutter schon, aber sie ist ein bisschen, wie soll ich sagen, exzentrisch.« »Aber nun ist etwas geschehen, was Ihre Meinung geändert hat. Und darum wollten Sie mich so dringend treffen.« Er kaute einen Bissen, wobei ein Salatblatt zwischen seinen glänzenden Zähnen herumtanzte. Genau wie sein pechschwarzes Haar betonten auch die weißen Zähne nur die welke, gealterte Haut seines Gesichts. Einen Augenblick lang erinnerte Kingsley Parkin sie an die Schädel für den mexikanischen Tag der Toten, die am Flughafen von Cancun verkauft worden waren, als sie dort vor ein paar Jahren Urlaub gemacht hatten. Auch dort hatte es welche mit Perücken und übergroßen Zähnen gegeben. Sie zögerte, noch immer unschlüssig, ob sie sich diesem Mann anvertrauen sollte. Dann sagte sie, »Wir sind gerade erst in so ein Haus gezogen, vor noch nicht einmal zwei Wochen, und da passieren seither viele seltsame Dinge.« Er betrachtete sie genau und nickte. »Ich weiß.« »Woher?« »Wie gesagt, Ihre Tante Margie hat es mir gesagt. »Sie haben in Ihrem Schlafzimmer doch Ihr Parfüm gerochen, oder?« Carol spürte, wie sie rot wurde. »Ja, wie...« Ihr versagte die Stimme. »Und Sie haben ein Seidentuch auf Ihrem Bett gefunden, das sie Ihnen vor Jahren geschenkt hat, nicht wahr?« Sie starrte ihn mit großen Augen an. »Sie versucht, Ihnen zu sagen, dass sie da ist und Ihnen helfen will. Er schloss die Augen. Ihre Tante sagt, Sie, Herr Mann, und Ihre Tochter, seien in schrecklicher Gefahr. Sie ist sehr aufgeregt. Sie bittet sie, das Haus zu verlassen. Sie alle. Sie müssen ausziehen, sagt sie. So schnell wie möglich.« Nun beilte er die Hände zu Fäusten und preßte in höchster Konzentration die Fingerknöchel gegen die Stirn. Nach einigen Minuten murmelte er, »Was ist denn, teuerste?« »Was ist?« »Ich kann Sie nicht gut hören.« »Ihr sind so viele Interferenzen.« »Was ist denn?« »Was ist denn?« Caro beobachtete ihn fassungslos. Er nickte ein paar Mal. Dann öffnete er die Augen, sah sie wachsam an und legte seine knochigen Hände auf den Tisch. »Margie«, »Wenn Sie nicht für immer bleiben wollen,« »Dann ist das jetzt Ihre letzte Chance, heil davon zu kommen.« »Wir können nicht einfach ausziehen,« sie hob die Schultern. »Wir haben alles, was wir besitzen, in dieses Haus gesteckt. Es ist... Es ist unsere Zukunft.« Parkin schloß wieder die Augen und begann mit den Fingerknöcheln gegen seine Ohren zu schlagen. »In dem Haus ist etwas... Jemand oder etwas... Ich höre nicht genau, was sie sagt. »Ah, jemand. Definitiv jemand, der die Leute nicht gerne wieder gehen lässt.« Plötzlich ertönte ein lautes Knacken, bei dem sie beide zusammenfuhren. Caro starf vor Entsetzen und Verwirrung. Dann plätscherte Wasser. Parkin stieß einen Schrei aus, sprang auf die Füße und schwenkte wild seine Serviette. Andere Gäste drehten sich nach ihm um. Der bärtige Kellner kam bereits mit einem Tuch in der Hand herbeigeeilt. Das Glas des Mediums war zersprungen. Wasser, Eiswürfel und feine Splitter ergossen sich über den Rand der polierten, hölzernen Tischplatte. Wenige Minuten später waren Ruhe und Ordnung wiederhergestellt, und vor Parkin stand ein frisches Glas Wasser. Caro beäugte ihn nervös. Er blickte sie wissend mit funkelnden Augen an. »Sehen Sie?« »Was?« »Oh, kommen Sie schon, Mrs. Harcourt. Caro, darf ich Sie Caro nennen?« »Sicher«, sagte sie resigniert. »Das war ein Zeichen Ihrer Tante. Sie ist überhaupt nicht einverstanden mit Ihrem Standpunkt.« »Also bitte, das Glas hatte sicher schon einen Sprung. Vielleicht durch die Spülmaschine. Und die Kälte hat ihm dann den Rest gegeben,« sagte sie ohne Überzeugung. »Wollen Sie so auch alles andere weg erklären, was in Ihrem Haus passiert ist? Wollen Sie wirklich den Kopf in den Sand stecken?« »Wovon wissen Sie denn noch?« Wieder sah er sie an, jetzt mit hartem Blick. »Sie haben Sie doch gesehen, oder?« »Ich habe in meinem Spiegel eine Frau gesehen, die hinter mir stand. Und Olli, mein Mann, hat sie auch gesehen.« »Können Sie sie beschreiben?« »Sie war nicht gut zu sehen. Alt, vielleicht siebzig, achtzig Jahre alt. Irgendwie ein durchsichtiger Schatten.« Er schüttelte den Kopf. »Das muss die Frau sein, von der Ihre Tante spricht. Wenn Sie sie schon gesehen haben, müssen Sie dringend dort weg.« Carol überlief ein Schauder. Die Ereignisse der Nacht, die Frau im Spiegel und nun dieses Medium. All das widersprach diagonal allem, woran sie glaubte. Und woran sie glauben wollte. Aber er hatte Recht. Sie konnte den Kopf nicht in den Sand stecken. »Ich habe Ihnen am Montag gesagt, dass ich nicht, also, dass ich nicht an solches Zeug glaube. Geister und so weiter. Ich habe das immer für Unsinn gehalten. Und jetzt? Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Irgendwas passiert da gerade, oder?« »In Ihrem Haus geht eine wahrlich böse Energie um.« »Damit muss man doch fertig werden können.« »Mann, Sie jagen mir wirklich Angst ein.« Wieder schloss er die Augen und presste die Fingerknöchel an die Stirn. »Marchi zeigt mir ein Bett.« »Da ist ein Bett, und irgendwas daran ist verkehrt. Sagt Ihnen das etwas?« Caro starrte ihn an. »Ja, ja, auf jeden Fall. Können Sie uns helfen?« »Ich versuche doch, Ihnen zu helfen. Sie müssen dieses Haus verlassen.« Und ich sagte Ihnen schon, wir haben jeden Penny in dieses Haus gesteckt. Gibt es keinen Weg, das Problem zu lösen? »Es gibt doch Leute, die gegen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, Geister, Gespenster, Spuk, Vorgehen, eine Art Spezialisten für sowas.« »Sie meinen Exorzisten?« »Ja.« »Kennen Sie welche?« »Das funktioniert nicht immer.« »Haben Sie diesen alten Film gesehen, »Der Exorzist?« »Ja, vor Jahren. Ich fand ihn unheimlich, aber im Grunde dämlich.« Er blickte auf seinen Teller hinab, dann hob er den Blick wieder. »Dämlich wäre meiner Ansicht nach nur, so etwas zu ignorieren, Caro.« Ihr stummgeschaltetes Handy summte leise. Eine SMS war gekommen. Sie zog es aus der Handtasche und aktivierte das Display. Die Nachricht lautete, »Ihr werdet mein Haus nie verlassen.« Eine Sekunde später waren die Buchstaben verschwunden. Kapitel 31 Donnerstag, 17. September Ollis Morgen war hektisch. Zunächst fügte er den Zusatz auf Chomleys Website ein. Dann folgte eine längere Skype-Konferenz mit seinem neuen Kunden Anub Bhattacharya über den Inhalt von dessen Homepage. Erfreut sah Olli außerdem, dass als Reaktion auf seinen Besuch des Goodwood Revivals am letzten Wochenende drei Anfragen gekommen waren. In gewisser Hinsicht war er froh über die Arbeit, die ihn vom Denken abhielt. Andererseits aber musste er dringend nachdenken. Mit dem blauen Himmel und Sonnenschein draußen kam ihm das Haus immerhin freundlicher und normaler vor als in den frühen Morgenstunden. Er hatte ein paar Mal Carrow angerufen, um zu hören, wie es ihr ging, war aber immer nur mit dem AB verbunden worden. Außerdem hatte er dem ehemaligen Pastor von Colt Hill, Bob Manthorpe, eine Nachricht auf Band gesprochen. Jetzt, nach der unglaublich ausführlichen Skype-Konferenz, war es schon viertel vor zwei. Hungrig ging er nach unten, um sich etwas zu essen zu holen. Das Haus glich einem Bienenstock, wofür er sehr dankbar war. In der Küche stand Brian Barker, der Chef der Baufirma, im Gespräch mit seinem Vorarbeiter Chris. Barker, der Holzfällerhemd, Jeans und Arbeitsstiefel trug, war ein leutseliger, energischer Mann mit dichtem silbernem Stoppelhaar und jugendlich gutem Aussehen, den man seine 67 Jahre nicht ansah. »Ah, Olli!« begrüßte er ihn. »Ich wollte gerade zu Ihnen raufkommen.« »Chris macht sich ziemliche Sorgen um den Keller. Zwei der tragenden Wände dort sind in extrem schlechtem Zustand.« Er gab dem Vorarbeiter, einem schlanken, zurückhaltenden und angenehmen Mann, Mitte 30 ein Zeichen weiterzureden. »Wir müssen einen Statiker hinzuziehen, Mr. Harcourt«, erklärte dieser. »Und ich denke, wir brauchen so schnell wie möglich ein paar Stahlstützen und Träger. Ich kann Ihnen zeigen, was ich meine.« Olli folgte ihnen die Backsteintreppe in den Keller hinunter. Brian Barker zeigte auf den großen Durchgang, der in die unbenutzte Küche führte. Hier war einst unverkennbar eine Wand gewesen. »Das hier macht uns am meisten Sorgen«, der Vorarbeiter zeigte nach oben. »Sieht so aus, als hätte der Bauträger, der hier wohl zu Gange war, die Wand einreißen lassen, um den Raum zu vergrößern. Das Problem ist nur, das war eine der haupttragenden Wände.«